Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 208, heute mit Sven Möller, moin moin, verschnupft aus Bremen, der Stefan Molz und mir Sebastian Schack, guten Tag. Jetzt haben wir das alles irgendwie zwei Wochen nicht gemacht, mal gucken, was hinbekommen war. Ich hatte heute Morgen schon die Hälfte vergessen, hier irgendwie an Geräten und Software einzuschalten. Es ist alles so last minute fertig geworden. Aber da hast du dir den Kopf ordentlich in Dänemark frei pusten lassen. Das klingt doch gut. In der Tat und auf wilden Achterbahnen. Aber das kommen wir nachher nochmal zu, glaube ich. Ich bin gespannt. Naja, ich habe auch Aufreger mitgebracht. Allerdings nicht aus Dänemark, sondern aus den USA von Adobe. Da bin ich persönlich gar nicht so großartig involviert, weil ich das alles nicht benutze. Aber ich habe es gelesen und dachte, oh, das ist schon irgendwie scheiße. Wir erinnern uns zurück, dass so verschiedene bildgenerierende KIs aktuell hier und da verklagt werden, weil sie sich an Bildmaterial zum Lernen bedient haben, was dafür nicht freigegeben war, beziehungsweise die SchöpferInnen dieser Kunstwerke sagen, hey, wenn ihr das jetzt hier nutzt, um selbst reich zu werden, wie cool wäre es, wenn wir davon Geld abbekämen. Und da ist jetzt auch Adobe so ein bisschen mit drin. Und zwar habe ich auf Mastodon einen Post von Baldur Bjarnazson gelesen. Und der schreibt, ich lese es einmal kurz vor und dann können wir es ja auf Deutsch diskutieren. Also was passiert da? Wenn man nicht selbst aktiv, wird und ein Opt-out-Schalter in Lightroom findet und drückt, werden alle Bilder, die man über die Lightroom-Cloud synchronisiert, sei es zu Backup-Zwecken oder um auf andere Geräte das zu übermitteln, verwendet, um Adobes eigene KI in Bildgenetung, wie heißt die? Firefly, Dragonfly? Firefly. Firefly. Firefly zu trainieren. Und das gilt halt dann nicht nur für fertige Bilder, sondern vielleicht auch für Bilder, die, naja, noch viel erst mal Work in Progress sind oder unpublished Pictures. Was wirklich auch sein kann, ist, dass du vielleicht Auftragsfotograf bist und auf deinem Rechner schon Bilder hast, die nicht veröffentlicht werden dürfen, weil es da noch ein NDA für gibt. Zum Beispiel hast du schon die Produktfotos für Apples neue MacBooks oder sowas gemacht und die landen dann in dieser Adobe-AI-Generierungsgeschichte und mal gucken, was man da so vielleicht auch rausbekommt an solchen Bildern. Nutze ich mal von euch Lightroom? Ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem Schalter. Also tatsächlich in den Einstellungen findet man nichts, aber man kann sagen, lockt mich doch mal in das Konto ein, was ich auch gerne machen würde, aber genau, eine Sekunde. Ich habe das live. Ja, ich habe das mangelst Lightroom selbst nicht finden können. Der Baldur hat da auch ein Screenshot zugepostet, aber das ist nicht sagend. Aber immerhin gibt es da diesen, heißt Content Analyzer, meine Güte, Content Analyzer. Datenschutz und personenbezogene Daten. Das klingt doch eigentlich Inhaltsanalyse. Ja, das ist der richtige Schalter. Und da gibt es den Schalter für Allow My Content to be analyzed by Adobe for Product Improvement and Development Purposes. Und der ist jetzt an bei dir? Der ist default an, ja. Also ich habe ihn definitiv nicht angeschaltet. Den schalte ich mal eben aus. Und das ist schon scheiße, finde ich. Ja, das ist aber, glaube ich, einer dieser Klassiker mit, man soll halt eben diese Euler auch lesen. Sollte, ja. Weil da wird das drinstehen. Also es wird, dürfte eigentlich niemand überraschen, der des Lesens mächtig, aber auch willig ist. Ja. Ja gut, das ist sicherlich richtig. Vielleicht kann ChatGPT in Zukunft das zusammenfassen und die wichtigsten Punkte rausschreiben. Es gibt eine Webseite, die das macht, ne? Wie heißen die noch? T-L-D-A-Euler oder so? Also das wäre ja auch sinnvoll, ja. Guter Name. T-O-S-D-A-R.org. Terms of Service didn't read. Und die suchen dann so die prägnantesten Punkte raus und es ist alles farbcodiert in Rot, Gelb und Grün. Für es irgendwie dufte, solltest du ein Auge drauf haben und hey, hey, das solltest du wirklich überlegen. Oh, Pornhub und Blizzard. Ich gucke gerade bei Facebook und alles rot. Facebook ist einfach schon alles rot, ja. Popschein. Verlinke ich mal. Das ist doch spannend. Ja, ja. Das wäre eine super Überleitung, weil bei Amazon alles gelb ist, aber Amazon ist irgendwie rausgeflogen aus den Aufregern der Woche. Reden wir mal nicht drüber. Gehen wir weiter zu, was ist denn JPC? Einen Plattenladen. Auch einen Online-Plattenladen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten die tatsächlich auch in diesem Bremen hier eine schicke Filiale, als man noch CDs kaufte und so. Gibt es aber nicht mehr. Die gibt es aber scheinbar noch online. Und bei der Suche nach einem Vinyl zum hier an die Wand hängen, weil ich habe keinen Plattenspieler. Auch die Platte nicht. Schieb mir nur in die Hülle. Genau. Bin ich eben über JPC gestolpert und da stand, ja, ja, dieses Vinyl hier ist auch verfügbar, muss beim Lieferanten bestellt werden, dauert ein bis zwei Wochen. Also geklickt und gewartet. Und da kam irgendwann die Nachricht. Ja, nee, Lieferant sagt, ist nicht, gibt Geld zurück. Tags drauf war auch das Geld zurück. Und tags drauf stand aber genau die Scheibe auch wieder bei JPC, aber jetzt auch nicht beim Lieferanten, sondern ab Lager verfügbar. Hui. Und dann habe ich einfach nochmal geklickt. Und seitdem steht das seit eineinhalb Tagen auf Versand mit vorbereitet. Ich bin gespannt und löse kommende Woche auf, ob es Geld zurück gab oder ein Versand. Aber selbst aber Prozess. Löst du auch auf, welche Platte es ist? Ich bin gerade auf der Seite und sehe, es gibt Bravo-Hits zu 121. Nein, nein, nein. Ich habe hier angefangen, mir die Platten von den ganzen Sony-First-Party-Titeln für die Playstation dran zu hängen. Also Ghost of Tsushima, Returnal. Da fehlt natürlich noch The Last of Us. Ja, guter Soundtrack übrigens. Den kann man auch hören und nicht nur an die Wand nageln. Aber Schak, hast du das nicht irgendwie anders gelöst? Du hast doch mein Alben-Cover einfach gedruckt, ne? Gut, dass du mich daran erinnerst. Da bin ich einfach drüber weggegangen. Ja. Ich habe das hier in meinem Treppenhaus, habe ich so Alben, die mich musikalisch geprägt haben, würde ich sagen. Und wo wir das gleiche machen, da habe ich festgestellt, dass Platten ja unfassbar teuer sind und passende Bilderrahmen auch noch unfassbar teuer dazu sind. Und habe die einfach in fast der exakt richtigen Größe auf Leinwand ausgedruckt, die Plattencover. Also bei, ich weiß gar nicht, PostXXL, Whitewall, irgendwo habe ich damals noch ein Angebot. Ich glaube, Whitewall gab es damals so einen harten Rabattcode. Irgendwo da, wo gerade die besten Rabatte sind, ne? Ja. Wahrscheinlich mit einem Rabattcode aus der MacLive. Das gibt es ja gelegenlich von Whitewall. Ja. Und da habe ich so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht oder so sind das Platten, die ich da so an die Wand gedübelt habe. Stefan, du hast aber echte Platten und dann hast du auch so Coverhalter drungen, ne? Nee, dafür war ich zu Geizek. Ah, okay. Powerstrips. Und war bei Ikea shoppen. Und da gibt es zwei Rahmen. Einmal, das ist ganz praktisch, weil hier hängen noch zwei leere Rahmen bereits an der Wand. Da steht auch der Name drin. Ich kann eben gucken. Einmal Lompicken und einmal Sanahat. Das Problem ist nämlich, dass das häufig auch mal so Doppel-LP sind und dann passen die nicht in so einen normalen Rahmen rein. Es sei denn, man walzt die irgendwie vorher nochmal extra platt. Und diese Sanahat-Rahmen, da, die sind so ein bisschen wie so ein Schaukasten. Also die haben eine gewisse Tiefe, da kann man die dann einfach reinstellen. Und für die, die halt nicht ganz so tief sind, gibt es schlankere Rahmen. Das sind so Metallrahmen. Die sehen ganz gut aus. Kosten beide so um die zehn Euro. Okay, sind aber Rahmen und die bleiben da immer drin. Aber ich habe ja einen, habe ich mir irgendwann mal gegönnt, so einen Wechselrahmen, wo man die Platte immer wieder rein- und rausschieben kann. Aber der ist nicht so richtig hübsch. Ja, das sieht so nach Plastik aus. Ja, ist auch Plastik. Und dafür war es auch gar nicht so günstig. Ja. Ich habe es auch deshalb so gemacht, weil ich dasselbe von mir wie Stefan, ich habe gar keinen Plattenspieler. Na ja, das ist ein lösbares Problem. Ja. Einfach mit einer Nähnadel drüber kratzen. Ja, dann ist wieder die Frage, wie kriegt man den Plattenspieler an den Home-Port angeschlossen und so. Das müsste halt schon irgendwie so ein Airplay-Plattenspieler sein. Da habe ich noch keinen gefunden, der irgendwie sowohl gut ist, als auch bezahlbar scheint. Ja, ist ja natürlich so ein bisschen Gaga, wenn du dann anfängst von analog wieder nach digital zu wandeln und dann am besten noch über Bluetooth irgendwo rübergehst. Aber ich meine, zumindest das haptische Erlebnis hast du ja dennoch. Ja. Und dass Platten einfach irgendwann scheiße klingen, hast du darüber auch. Oha. Oha, viele Freunde, glaube ich. Oha, ja, ja. Ja, manche nennen es Patina. Für mich ist es Abnutzung. Ich weiß nicht, also bei Platten habe ich es immer verstanden. Wenn Menschen lieber Platten hören wollten, also es ist nicht meins, aber das habe ich immer verstanden, weil das schon anders klingt. Was ich nicht verstehe, ist Menschen, die auf CDs beharren. Also 2023. Vor sechs, sieben Jahren vielleicht schon noch. Aber allein schon mit der Qualität, die die Apple jetzt in Apple Music im Streaming liefert oder im Download liefert, im iTunes Store seit längerer Zeit ja schon. Das habe ich nie verstanden. Das sind ja nun irgendwie eins zu eins dieselben Bits. Ich glaube, ein guter Grund ist einfach Preis gerade. CDs kriegst du, glaube ich, nachgeschmissen. Ich habe gerade so ein paar Kartons weggeschmissen, weil ich zu faul war, die zu verkaufen. Das ist, glaube ich, nur so ein Grund. Das könnte heute ein Grund sein, ja, stimmt. Hatten wir doch auch schon das Thema, ich glaube, da ging es um die Apple Music Classic App, Booklets. Ja. Verstehe ich auch nicht, warum es die nicht auch bei iTunes gibt. Also digital, ja, das wäre eigentlich spannend. Ja, klar, man findet schon Gründe, auch Deko-Gründe und sowas. Aber rein vom Sound her habe ich es mit Platten mal verstanden und mit CDs nicht. Klar, als irgendwie noch Napster das Ding war, da war der CD-Sound schon irgendwie geiler, als was ich aus dem Internet geladen habe. Aber jetzt für die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre bald. Ich kenne auch niemanden mehr, wo man irgendwie zu Besuch aufschlägt und sagt, ah ja, der hat auch mal eine schöne CD-Sammlung da stehen. Doch, ich kenne auch so Menschen. Okay. Ich habe auch ein paar CDs, so ist das nicht. So CDs, die ich auf Konzerten gekauft habe oder signierte CDs oder so. Die sind aber halt so Deko-Elemente. Die sind, glaube ich, alle, die sind noch nie abgespielt worden. Und ja, sind so Erinnerungsträger eher. Wahrscheinlich sind sie jetzt auch leer. Wahrscheinlich würde ich mich verarscht worden. Ich habe gesagt, viel Geld bezahlt für leere CDs. Ich werde das nie erfahren. Da wird die Rohlinge drin. Ich wüsste auch nicht, wie ich die reinstecken soll. Dann ist dann irgendwie statt, keine Ahnung, Michael Jackson, Heino drauf. Das wiederum wäre interessant. Da würde ich so Geld verkriegen wahrscheinlich. Offizielle Fehlpressung, geil. Weil, na ja. Aber Platten sind im Kommen. Hat nicht gerade Metallica eine eigene Plattenfabrik gekauft, damit die ihre Schallplatten loswerden und schnell genug gepresst kriegen und so. Habe ich auch gelesen, ja. Schon verrückt irgendwie, ja. Ja, einfach lukrativ. Weil wenn ich mir angucke, auch bei diesen ganzen Sony-Dingern, kriegst du den Soundtrack. Wie du schon sagtest, Sven, auf CD irgendwie für 8,99. Und mit Pech zahlst du halt für die Vinyl 60, 70 Euro. Hui. Dann lohnt es sich auch, eine eigene Plattenfabrik aufzubauen. Die MacLife gibt es zunächst übrigens auch auf Vinyl. Cover-Vinyl. Können wir das kurz durchrechnen, wie viele Platten das sein müssten pro Ausgabe? Kommt auf den Preis an. Naja, so rein vom Inhalt her. Da haben wir irgendwie 116 Seiten Inhalt, das alles vorgelesen. Sind ein paar Stossen. Passt nicht so viel rauf auf so eine 180-Gramm-Platte. Was ist das, 45 Minuten? 60? 45? 45? Genau. Also die Doppel-LP reicht nicht mehr. Das musst du mal einfach schneller lesen. Ja. Oder wir laden auf das PDF auf, auf die LP. Und dann musst du mit dem Arm, musst du die 1 und 0 auslesen. Ja, genau. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt hier. Beim C64 gab es auch ein CD-ROM-Laufwerk. Das CD-ROM-Laufwerk war aber im Prinzip einfach Discman als Akustikkoppler. Also im Prinzip das gleiche wie Datasette. Also Gepiepse und Gepiepse. Nur halt nicht von einer Tonbandkassette, sondern von einer CD. Ja. Ich fand es trotzdem cool. Dunkle Zeiten. Was findest du denn an Paramount Plus eigentlich scheiße? Ach, ich will mich nicht beschweren, weil ich da laufend Gratis-Monate bekomme. Dank Revolut und Einmal-Kreditkartennummern. Aber die haben so Versprechungen in den Raum geworfen, wie etwa jeden Freitag eine neue Folge von diesem Yellow Jackets. Ja. Und dann stellt man sich den Wecker und sitzt da Mitternacht. Es passiert nichts. Am Folgetag aber auch nicht. Also wenn es heißt, Freitag kommt was, ist es weder irgendwie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.01 Uhr da. Am nächsten Abend ist auch nichts da. Also ich warte quasi noch heute auf die Folge von vergangener Woche. Jetzt müsste ich eigentlich gucken, ob die heute online gegangen ist, bevor ich hier noch weiterschimpfe. Aber das Phänomen habe ich schon noch Fälle gehabt. Ich habe schon festgestellt, also so Release ist häufig, wenn es nicht gerade die öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind, ist häufig 9 Uhr. Also da kannst du lange warten, Mitternacht. Meistens ist es dann an dem Tag um 9 Uhr geht es dann online. Ich glaube bei Netflix zum Beispiel. Ich war ja damals sehr enttäuscht bei Sky, als HBO entschieden hatte, oh, diesen, was war das, Montag, Dienstag, keine Ahnung, Montag glaube ich, bringen wir mal zwei Folgen von Last of Us einmal raus. Und dafür kam nächste Woche keine. Das ist natürlich auch arg. Das fand ich mies. Das ist komplett kaputt. Also heute gibt es tatsächlich die Folge, die vergangene Woche hätte kommen sollen, aber die können auch nicht richtig zählen. Weil, also, Folge 1 kam angeblich am 24.3., dann Folge 2 am 31.3., Folge 3 am 6.3., wobei wahrscheinlich gemeint war 6.4., dann kam Folge 4 auch am 6.3., Folge 5 am 21.4., also da ist lange irgendwie nichts passiert, und dann Folge 6 heute am 6.3., also wahrscheinlich, keine Ahnung. Das passt ja nicht mal, äh, den wievielten haben wir heute? Den 5. Mai. Tag der Aufnahme, 5. Mai 2023. Ja. Nächsten Glockenschlag ist es 10.30 Uhr. Das passt aber, dann passt das ja überhaupt nicht. Ähm, ja. Verrückt. Nein, immerhin gibt es eine neue Folge, also Abendprogramm ist gesichert. Ist mir zum Glück nicht aufgefallen, weil bei Yellow Jackets warte ich jetzt wirklich darauf, bis es alles da ist für mich. Ich kann, gerade diese Serie, die ja so viel Side-Infos und so hat, muss ich in Gänze am Stück gucken, weil sonst über eine Woche vergesse ich das halt. Aber es gibt auch immer so ein Recap. Ja, das reicht mir nicht. Also ich, das, ich fand die erste Staffel schon so gut, deswegen hier spare ich ein bisschen drauf und gucke mir das dann an, wenn die durch ist, hoffentlich dann irgendwann mal. Ja, aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass die nicht fertig werden. Ist jetzt noch nicht, naja, ist ein Quatsch, ne? Aber jetzt haben wir gerade angefangen, die, ähm, die Autorinnen in Hollywood zu streiken. Oh ja. Also wird der Output wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen, wobei ich habe jetzt gelesen, sowas wie House of Dragon und, äh, wie hieß die, Lord of the Rings Serie, Rings of Power. Ja. Ähm, die machen einfach weiter ohne Autorin. Das stelle ich mir auch so super vor. So eine MacLive ohne Autorinnen. Improtheater. Das macht jetzt alles KI. Ja. Wird bestimmt super. Da können wir, wie heißt sie, Juliane Behnke anrufen, die in diesem, die hat den Podcast mit, mit Julia zusammen, ähm, gemacht. Die macht Improtheater, unter anderem. Das wäre mein Tod. Äh, Podcast war, irgendwas mit Scheitern. Oh fuck. Ja, weiß ich auch gerade nicht mehr. Ähm. Shame on us. Ja. Aber es gibt eh keine neuen Episoden mehr auf absehbarer Zeit. Von daher, ähm, ja. Fällt mir aber noch ein, wieder. Naja. Äh, wurde gerade bei Recap sagtest. Ich bin gerade bei einer anderen Serie, über die ich nachher noch spreche, reingefallen. Die haben Precaps quasi. Oh ja, sowas hasse ich auch. Das ist dann. Am Ende der Folge noch, ne? Und nächste Woche sehen sie. Genau. Hier sind schon mal die spannendsten drei Szenen aus der nächsten Episode. Also, das sagen sie nicht, aber häufig nur war das dann so. Es gibt auch Serien, da würde es eigentlich reichen, wenn du dir alle Recaps anguckst und hättest dann komprimiert, die ganze Staffel in wahrscheinlich, äh, zehn Minuten. Hm. Ja, ja, tatsächlich, ja. Chat, GPT, fassen wir diese Serie zusammen. Ähm, hart aber fail. Das ist der Podcast. Sehr gut. Auch immer noch zu empfehlen, kann man sich alles anhören, ist wenig tagesaktuelles dabei. Es geht viel ums Scheitern mit teils auch durch prominenten Gästen. Da war diese eine von Fettes Brot war unlängst da. Wo es doch jetzt Fettes Brot nicht mehr gibt. Oder Abschiedstournee oder irgendwie sowas machen die doch gerade. Hm. Naja. Kommen wir zu Apple-Ligeren-Themen. Ich habe hier so ein Thema drin, über das wir eigentlich, so viel zu erzählen gibt es da, glaube ich, gar nicht. Und wir sprachen auch gerade gestern darüber, dass dieses ganze Vorab-Orakel-Leih-Gedöns um die ÖDC auch so mäßig interessant ist. Aber eine Sache habe ich doch, dass das MacBook Air 15 Zoll, was jetzt von allen gerade herbeigeschrieben wird, unter anderem Mark Gurman von, wo ist er gerade, Bloomberg, glaube ich, ne? Ist das ein Gerät, was ihr spannend findet? Also davon ausgehend, dass das ja bestimmt sowas wie 300 Euro teurer ist als das aktuelle MacBook Air. Und damit ja sich noch weiter in Gefilden des MacBook Pros befände. Wer kauft das? Na gut, das MacBook Pro ist ja jetzt schon wieder ein bisschen dicker geworden. Ja. Weshalb man sich den Fall geschaffen hat, auch nochmal ein neues MacBook Air platzieren zu können. Weiß ich nicht. Ich denke da eher so vom Preis her, ne? Also das aktuelle MacBook Air, also das mit dem M2-Chip, das kostet jetzt ab anderthalb tausend Euro. Mhm. So. Und, ja, okay, ist natürlich nochmal ein Sprung, ne? Das ist das 14 Zoll MacBook Pro geht bei 2,4 los. Ja, gibt's ja noch Möglichkeiten. Okay, ja, das ist doch größer der Sprung, als ich es im Kopf hatte. Ja, sonst macht man einfach die größeren Modelle noch ein bisschen teurer. Ja. Dann passt's auch wieder. Das geht immer, ja. Ja, ich bin trotzdem, ich bin trotzdem kein, also als großer Fan des MacBook Airs, seit es das mit M-Chip gibt. Ich schätze ja gerade daran, dass das so sehr kompakt ist. Aber, ja, also, wobei, warum, also, Bildschirmfläche ist auch für einige vielleicht interessant. Und wenn das der einzige Rechner ist, dann bist du froh wahrscheinlich über jedes Zoll. Und wenn du jetzt nicht noch einen Monitor dabei stellen willst, 15 Zoll, also ich würde mit dem 13 Zoll nicht klarkommen. Also das wäre immer einfach zu klein. Da kommt drauf an, was du damit machst, ne? Ja, das 13 Zoll ist ja in Wahrheit. Also wenn du nochmal irgendwelche Software nutzt. Entschuldigung, wir haben hier, glaube ich, einen Lag, glaube ich. Es gibt ja doch mal Software, die viele Menüs hat und so und die nicht so schlank ist wie Apples Software. Und dann wird's schon eng. Die Frage ist aber, ob das so viel in Wahrheit dann am Ende bringt. Weil das MacBook Air, das aktuelle, hat ja auch schon ein 13,6 Zoll Display. Also es geht um 1,5 Zoll mehr Diagonalen. Ob das irgendwie so... 15 Zoll kann ja auch heißen, 15,6 Zoll. Das ist natürlich richtig, ja. Ja, wahrscheinlich einfach die preiswertere Alternative zu einem größeren MacBook Pro mit weniger Leistung, aber größerem Display als ein reguläres MacBook Air. Weil dann hat's ja doch irgendwie einen Anwendungsfall. Und wenn du ein großes MacBook haben willst, 16 Zoll MacBook Pro kostet, fängt bei 3.000 Euro an. Na gut, überzeugt, kaufe ich das große. Gut. Wo er sonst kommt. So einfach kann das sein. Es hilft, darüber zu sprechen, meine ich mal einfach, ne? Unbedingt. Ja, du musst einfach den Apple-Store-Angestellten fragen, was du kaufen sollst. Ja. Der wird dir dann, ich hab das mit der Überleitung, der wird dir dann gegen ein kleines Trinkgeld verraten, wie deine Wahl ausfallen sollte. Da bin ich die Tage drüber gestolpert. Auch, ich glaub, auch German via Bloomberg geht um Apple, beziehungsweise einen Apple-Store in den USA, wo sich quasi eine Gewerkschaft gebildet hat und die organisierten Arbeiter Bedingungen Richtung Apple stellen. Unter anderem auch den Wunsch, künftig Trinkgelder einsammeln zu dürfen. Voreingestellt auf den Kreditkarten-Terminals beispielsweise 3 oder 5 Prozent. Wenn man dann den Taschenrechner zückt oder einigermaßen Kopf rechnen kann, dann weiß man, okay, wenn ich mir so ein iPhone kaufe oder einen MacBook Pro, dann sind 5 Prozent schon gar nicht mal so wenig. Ach, ich weiß nicht, Frech halt. Ja, ich weiß auch nicht, was die da, die demontieren sich natürlich in ihrer Organisation damit selbst. Ja. Ja, wenn sie solche Forderungen stellen. Das ist aber auch so ein typisch amerikanisches Ding. Da bin ich auch im Kanada-Urlaub drüber gestolpert, dass du wirklich überall, selbst irgendwie beim, keine Ahnung, Pizzamann-Pizza rausholen, auf dem Kreditkartenterminal stehen hast, großzügig kannst du auch, glaube ich, mal 20, 30 Prozent Trinkgeld dalassen. Ich denke mir, für was? Ja. Also ich kann es dir noch verstehen, wenn du irgendwie am Tisch bedient wirst und überhaupt und sowieso ist es da ja dann auch so eine kulturelle Sache, aber selbst die lässt sich ja vortrefflich hinterfragen. wäre einfach schön, wenn Menschen von Haus aus einen Gehalt bekämen oder einen Arbeitslohn bekämen, der sie unabhängig von irgendwelchen Trinkgeldern macht. Ein krasser Gegensatz als Japan, wenn du da Trinkgeld gibst, schauen die dich schief an. Ja. Weil es einfach kulturell so ist mit, die machen einen guten Job, kriegen dafür aber auch eben ihr gutes Geld und da muss nichts irgendwie nebenher laufen, in einem Apple Store Trinkgeld zu geben. Ich dachte erst, das ist irgendwie ein Abrisch. Ja, das finde ich wirklich frech. Aber ich verstehe auch nicht wofür. Also für mich ist Trinkgeld auch immer so eine Honorierung von einem guten Service, wenn ich besonders zufrieden bin im Restaurant oder so. Ich hätte dir jetzt auch gedacht, so an der Genius Bar, wenn einer sagt, hier, ich habe dir deine Fotos aus 1980 gerettet, und die sonst unwiederbringlich für immer verloren gewesen wären, dann wäre es ja noch eine Sache. Aber gleich zu sagen, hier, wenn du was kaufst, kannst du dich hier. Beim Kaufen finde ich das auch merkwürdig. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch eine Genius Bar. Das ist eine Dienstleistung, die ich schon bezahlt habe. Also sei es, ich habe da so ein Apple Care-Dings abgeschlossen oder ich habe so einen Spezialfall aufgemacht, der mich auch 100 von Euros kostet. Kann natürlich auch Strategie sein. Also kann auch Strategie sein, um Apple ins Gespräch zu bekommen in Bezug auf die Löhne, die gezahlt werden. Ich weiß nicht, was man im Apple Store verdient. Wahrscheinlich ist das hierzulande auch anders als in den USA. Ja, du hast schon recht. Es ist ja nochmal diese andere Trinkgeldkultur da drüben, aber trotzdem auch da. Die letzten Male, die ich in den USA war, also ich war genau zweimal da. Also im Einzelhandel zahlst du keine Trinkgeld. Nee, genau. Genau. Und ich habe jetzt auch hier in Kiel, habe ich die Pizza-Rausholbude des Vertrauens gewechselt deswegen. Das ist hier Poi, Pizza Original Italiana, Italiano, Italiani, was auch immer, in Kiel. Die sitzen schräg über auf dem Schauspielhaus. Und da habe ich über Jahre hinweg, weil ich da in der Nähe gewohnt habe, habe ich da regelmäßig eine Pizza rausgeholt, weil die so zum Mitnehmen auch echt günstig waren. Auf jeden Fall günstiger als im Restaurant. Und die haben das inzwischen auch so. Da kriegst du dann das, ich möchte mit Karte zahlen. Und dann steht auf dem Terminal, musst du noch irgendwie eingeben, wie hoch dein Trinkgeldbetrag ist. Also, ja, null. Weil die Dienstleistung, die ich bisher erfahren habe, ist, dass da ein unfreundlicher Dude an der Theke steht, Nächster sagt, dem sage ich meine Pizza. Und dann guckt der mich an, bis ich sage, ich möchte mit Karte zahlen. Und dann dreht dieses Terminal zu mir hin. Und das ist die Dienstleistung, die ich da fahre. Und da zahle ich doch kein Trinkgeld für. Und ich finde, es gibt einfach eine Freize-Option. Dann kann man das Abbrechen drücken. Ja, weil das, ich glaube, da sind auch Menschen mit überfordert. Und die drücken dann einfach irgendwas. Ja, ich denke, das auch. Hier in Bremen gibt es das auch bei Henssler. Der hat hier so diverse... Stiften? Genau. Restaurants, unter anderem Happy. Das ist so eine Sushi-Bude. Ja. Bei der nur Kartenzahlung möglich ist. Und du bestellst quasi beim Reinkommen, ähnlich wie bei so einem McDonalds, an so einem Terminal. Und beim Bezahlen hast du auch quasi obligatorisch die Aufforderung, Trinkgeld zu lassen. Du wirst aber letztlich auch nur aufgerufen, um deinen Fraß abzuholen und damit wieder abzudampfen. Wo ich mir auch die Frage stelle, okay, Service, war da jetzt auch nicht so viel? Nee. Warum werde ich da irgendwie zu gegängelt, ein Trinkgeld zu geben? Und ich glaube, da ist auch der Prozess quasi, dass du... Ich weiß nicht, ob das voreingestellte Beträge sind prozentual oder ob du prozentual wählen kannst. Und mir war so, als müsstest du null Euro auch noch eingeben, damit du dich extra mies fühlst. Wo ich es auch nicht verstehe, ich war ja, neulich war ich ja irgendwann eine Woche krank. Und als es mir schon wieder gut genug ging, dass ich was geschmeckt habe, aber ich immer noch nicht irgendwie einkaufen gehen wollte, so rotzend. Und da hatte ich auch keinen Bock, mit einer Maske in den Supermarkt zu laufen. Ich habe diese Masken so, es hat dann mit ihr zu Hause geblieben, da was zu essen bestellt. Und das ist auch seit, keine Ahnung, langer, langer Zeit mal wieder, in dieser Lieferando-App was bestellt. Und da ist es ja genauso. Da bestellst du Essen und kannst dann im Bestellprozess schon Trinkgeld ausbauen. Was weiß ich, wie das Essen hier ankommt? Wie der Typ da aufwäschte, der mir das bringt? Ob der halbwegs pünktlich ist, ob das Essen kalt ist? Ob der mich nochmal anschnauzt und beschimpft, weil ich in der Jogginghose die Tür aufmache? Was weiß ich denn, was da kommt? Auf gar keinen Fall gebe ich doch im Voraus Trinkgeld. Zumal ich in der Ecke wohne, wo ich ohnehin bei der einzig sinnvollen Pizzabude dabei bestellen kann, 2,30 Euro Liefergebühr on top zahle. So. Wow. Ja. Das ist alles, ich brauche das alles nicht. Was man auch nicht braucht, ist... Wir haben kein Trinkgeld bekommen bislang, oder? Für unsere Dienste? Naja. Also, es bestellen ja schon diverse Menschen, da kommt auch hier nochmal ein lustiger Einspieler zu, werden ja Kunden, Kundinnen, Mitglieder von MacLife Plus, weil sie diesen Podcast gehört haben, das erkennen wir ja im Rabattcode, den ihr damit eingebt. Das kommt jetzt nicht einzeln von meinem Konto an, aber, also über Umwege ja irgendwie schon doch auch. Mit fünfmal Steuern drauf bezahlt und sowas, aber... Soll ich deine Paypal-Adresse mit in den Shownotes schreiben, Stefan? Nein, nein, so wild ist doch nicht. Trinkgeld Kasse, ja. Okay. Jetzt geht die Überleitung nicht mehr, macht aber auch nichts, weil es richtig gut war, die eh nicht. Kommen wir zum Thema Stalking. Und zwar haben wir uns ja schon mehrfach unterhalten über diese ganze AirTag-Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht an die ungefähr zwölf Episoden, in denen wir die angekündigt haben, bis sie es endlich kamen. Und seither, ich weiß nicht, was bei euch ist, ich bin nach wie vor hochzufriedener Nutzer meiner AirTags. Ja, so langsam ist die Zeit um, dass man mal die Batterie tauschen muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, ich habe jetzt alle einmal durchgetauscht. Ich müsste die im Fahrrad mal wieder tauschen, aber die habe ich so gut versteckt, dass es extrem aufwendig ist. Ich muss erst das Fahrrad aufflexen. Ja, so ungefähr. Na ja. Nee, im Sattel ist die bei mir drin. Das würdest du doch nicht verraten. Ja, also, da bin ich, doch, doch, da bin ich entspannt. Falls ihr nach dem Interview, was wir hier mit Sophia gehabt haben oder nach unserer eigenen Berichterstattung so einen Fun-Move gekauft habt, da ist der Sattel nämlich zweiteilig. Da kann man den Sattel von unten aufschrauben. Und der ist so, ich behaupte mal, der ist 3D gedruckt, der untere Teil davon. Und hat so einen Waben-Verschrebungsmuster da drin. Und da passt ein AirTag rein, sonst ist ja Fächer. Und es klappert auch nicht. Muss aber eh ein altes Modell sein, weil die Neuen haben das auch von Haus aus eingebaut. Das ist, ja, stimmt. Naja, seither aber verschiedenste lustige Berichterstattungen rund um AirTags. Also einige lustig, einige weniger lustig. Weniger lustig sind die ganzen Stalking-Geschichten, weil das Ding ja irgendwie so ein 2-Euro-Stück groß ist und nicht viel schwerer ist. Man dann mit wenig Aufwand den Lautsprecher abklemmen kann, der da drin ist. Und dann das Leuten einfach in die Schuhe schieben. Also nicht in die Schuhe, aber in den Rucksack oder in die Tasche oder was auch immer stecken kann. Und dann Leute relativ gut tracken kann, weil die iPhone-Dichte ja doch recht hoch ist. Und darauf basiert das Ganze dann ja. Auf der anderen Seite der Skala haben wir die New Yorker Polizei, die gerade in verschiedenen Stadtteilen, ich glaube Brooklyn, Harlem, ich glaube Brooklyn, AirTags verschenkt zu Hunderten, weil da die Rate an Autodiebstahlen so hoch geschossen ist. Und die Polizei empfiehlt, hey, nehmt doch so ein AirTag, damit euer Auto nicht mehr geklaut wird oder damit es wiedergefunden wird. Naja, und irgendwo dazwischen befinden sich jetzt Apple und Google, die sich zusammengeschlossen haben. Das hat schon mal ganz ausgezeichnet geklappt. Wir erinnern uns an den Beginn der Corona-Pandemie, als die beiden gesagt haben, hey, wir machen jetzt mal hier so ein, wie heißt das, Begegnung? Heißt das Begegnung? Ich glaube, es heißt Begegnung, ne? So ein Framework, über das die Telefone sich gegenseitig erzählen können, wen sie getroffen haben, aber das ist voll anonym. Und jetzt setzen die beiden sich wieder zusammen und wollen, haben eine Partnerschaft verkündet für den Schutz und die Privatsphäre der NutzerInnen von so Tracking-Devices. Das ist federführend Apple und Google, da hängen auch andere mit drin. Tile ist da mit drin und noch zwei, drei andere Unternehmen, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und es geht um die Entwicklung von Standards und Richtlinien für EntwicklerInnen und auch für EndbenutzerInnen vor Vorteil sein sollen. Und die neuen Spezifikationen soll unerwünschtes Tracking durch Drittanbieter reduzieren, indem sie den Zugriff auf bestimmte Daten einschränkt und gleichzeitig NutzerInnen mehr Kontrolle über ihre eigenen Informationen gibt. Ähm, steht noch, Apple und Google betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit und der Schaffung von Standards, die von der gesamten Branche unterstützt würden. Die gemeinsame Arbeit an der Spezifikation soll sicherstellen, dass sie effektiv und umfassend ist und den Bedürfnissen der NutzerInnen recht wird, schreibt der Branchendienst, ach ja, MacLive. Ähm, dabei sind, das steht hier auch mit drin im Artikel, den wir verlinkt haben, Samsung Tile, Chipolo, U5 Secure, das sind die mit den Kameras, die da, ihr wisst schon, und, ähm, Pebble Bee. Ja. Ja. Kann man, glaube ich, nur gut heißen, dass da. Auf jeden Fall. Äh, aktuell ist es ja offensichtlich auch, ist ein bisschen schwierig, ne, mit, mit so einem, wenn man mit Android unterwegs ist, dann die richtige App runterzuladen, die dann auch nur aktiv sucht oder so, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Nicht im Hintergrund irgendwie oder so. Das ist nicht so wie bei so einem, bei so einem iPhone. Also wenn Sven mir als von AirTag unter Schöbe das mit mir mitreißt und halt nicht auf meinen Account konfiguriert ist, dann meldet sich nach einer gewissen Zeit mein iPhone, mein Apple Watch und sagt, hey, du führst so ein AirTag mit dir, das verfolgt dich und das gehört nicht dir. Ja. Soll das so? Ja, nein, vielleicht. Wie ist das bei so anderen Gerätschaften wie Tile und Chipolo? Ja, Chipolo ist ja auch, gibt es ja auch in der Find My Variante, aber so in anderen Tracker-Nummern. Ich wüsste nicht, wie es funktionieren sollte. Also mit Tile bisher zumindest. Ich habe ja, ich kann ja, ich habe hier einen Kopfhörer von Sennheiser, der so ein Tile-Dings drin hat und den kann ich halt in meiner Tile-App registrieren. Aber ich glaube, deinem Telefon ist das gänzlich egal, wenn ich dir meinen Kopf, also das ist jetzt ein bisschen auffällig, aber wenn ich dir meinen Kopfhörer ans Fahrrad hänge, dann wird das deinem Telefon gänzlich egal sein. Aber ich glaube schon, je mehr es davon gibt und also ich finde, die Nutzen auch gigantisch groß davon. Also ich habe am Schlüsselbund ist so ein Ding dran und ich habe in meinem Leben den Schlüssel noch nie so wirklich verloren, aber das ist schon ein anderes Maß an Sicherheit. Was mir häufiger schon mal passiert ist, dass ich den Rucksack habe irgendwo stehen lassen, also in so einem Restaurant oder so. Meistens ist mir das dann auch schon an der Tür wieder eingefallen. Aber das ist auch so, ich hätte das auch schon in meinem Hauptrucksack, wo mein ganzer Technik-Scheiß drin ist und ich regelmäßig mit mir führe, ist so ein Air-Tag drin. Und mein Fahrrad, wie gesagt, das finde ich auch nett zu wissen, weil es halt mit so einem Fan-Mofa halt auch ein teures Rad ist. Und ich finde diese Alarmanlage, die da drin ist, finde ich mir deppert, das will ich alles nicht. Auch weil ich die meistens selbst auslöse, wenn ich mein Fahrrad aufschließe und dann kommt dieser Totenkopf und das macht komische Geräusche und alle gucken und das ist mir alles unangenehm. Das interessiert aber auch keinen, ne? Nö, das auch, ja. Gucken alle und dann sagst du, ja, ist meins und dann, ah, okay. Ja. Ja, da finde ich so ein Air-Tag schon irgendwie sinnvoller und wie gesagt, Samsung hat ja auch eigene davon am Start. Hat Google welche? Weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Aber die haben die Endotelefone am anderen Ende der Nahrungskette quasi, die die Dinge erkennen müssen dann. Ja, ich finde das gut. Sollen sie machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht würde sich da auch Hardware-seitig noch was machen lassen. Also wenn der Lautsprecher schon nicht mehr ausgebaut werden könnte, wäre ja einiges gewonnen. Wenn das Gerät von sich aus Alarm gibt. Ja. Kann man bestimmt irgendwie, keine Ahnung, in Harz reingießen oder eine Abfrage mit, wenn das Bauteil fehlt und keine Rückmeldung mehr gibt. Weil da ist Apple doch Vorreiter in der Verdongelung und Spezialchips und sonst was. Wenn es dann heißt, dieses Zubehör wird von ihrem iPhone nicht unterstützt. Ja. Würde so ein Air-Tag sich ja selbst auch abdämmen, wenn er, wenn es merkt, nee, da ist kein Lautsprecher mehr da. Ich hoffe aber auch, dass dieses Framework dann das Gegenteilige kann. Also Air-Tags oder was auch immer für Tags freigeben. Ja, das fehlt mir auch noch so ein bisschen. Also auch in der Familie gerne teilen. Genau. Also beides, sowohl als auch. Also dass ich sagen kann, oder dass du sagen kannst, hey, dieses Air-Tag von Sebastian gehört ja irgendwie zur Familie, das darf ja schon irgendwie sein. Das ist aber auch so, ne? Also wenn jetzt meine Frau mit dem Fahrrad unterwegs ist, mit meinem Air-Tag drin, da wird nichts gebimmelt und so. Also, oder haben wir das ausgestellt? Nee, weil, ja, weil ihr eine echte Familie seid. Also eine echte Apple, eine echte Apple-Familie. Nämlich Ehre. So, aber keine Ahnung, so ein Level da drüber. Ich habe das so, ich habe es in Dänemark gerade gehabt. Dann, ja Moment, das war gar nicht in Dänemark, das war in Hamburg. In Hamburg hatte ich das. Da war ich mit einer Freundin unterwegs, die auch so ein Air-Tag hat. Und die ist wie Familie, aber halt nicht Familie. Und ich habe, wenn ich regelmäßig mit der Länge unterwegs bin, habe ich hinterher so eine Alarmmeldung mit meinem iPhone drin. Aber kann man das nicht deaktivieren? Für diesen Air-Tag dann? Das wurde mir bisher nicht angeboten. Schon wieder vergessen. Also, das war jetzt jüngst vor, also in dieser Woche. Okay. Und das wurde mir nicht als Option angeboten. Also nicht das, also in dem Moment. Ich kann dann sagen, ja, ja, ist egal. Aber dass ich sagen könnte, dieses Air-Tag darf immer. Nee. Ja, das fehlt noch. Und also ich finde auch, es fehlt noch so, dass man sagen kann, dieses ist ein gemeinsam genutztes Air-Tag. Ja. So, ne, gerade Fahrräder oder so. Dinge, die man auch wirklich gemeinsam nutzen kann. Ist ja geil, wenn der andere das dann auch findet. Ja. Und halt so, ich möchte die ganzen Apple-IDs freigeben können. Warum, wenn wir jetzt da im neuen Falki-Media-Campus, der demnächst irgendwie fertig ist, dann, warum kann ich nicht deine Apple-ID fragen? Hey, alle Air-Tags, die Sven dabei hat, das ist alles schon okay. Naja, durch so eine Möglichkeit, dann schaffst du natürlich auch wieder ein Einfallstor für Missbrauch. Aber wenn ich es aktiv auf meinem Telefon freigeben muss? Naja, wenn du Zugriff auf die Person, auf das Telefon der Person hast, die du stalken willst. Und dann hast du eh verloren. Also gerade in einer Partnerschaft oder so, dann hast du wahrscheinlich eh verloren, ja. Dafür gibt es doch jetzt den Emergency-Exit, oder nicht? Ja. Kappe alle Verbindungen. Ja. Aber wahrscheinlich hat Apple das auch nicht kommen sehen, dass das dann doch so komplex ist und unterschätzt, wie bösartig Menschen sein können. Ja. Naja, mal gucken, was da noch alles so kommt. Aber wir haben auch gute Technik im Angebot. Lese ich hier. Das sagst du jetzt so, ne? Hoffe ich mal, dass die gut ist. Ja, wir kommen in die Hardware-Rubrik. Ich habe was hier vorliegen von Logitech, die ja nicht nur super Mäuse bauen, sondern auch so andere Hardware. Und zwar haben die ein Headset vorgestellt für, speziell für Schülerinnen. Das war mir so gar nicht bewusst, wobei ich war auch schon mal auf der Suche für die Kids nach so Kopfhörern, die sie ja gerne mal nutzen können. Da ist es natürlich irgendwie relevant, dass sie auch Musik hören können. Und gerade wenn sie noch jünger sind, dass die vielleicht an der Lautstärke begrenzt sind. Da ist die Auswahl, wenn du bei so einem Elektronikfachhändler guckst, ist enorm. Gleichzeitig ist die Auswahl von dann aber guten Sachen, die nicht unbedingt aus China-Ware zusammengedongelt werden, die ist relativ gering. Da gibt es jetzt nicht so viele gute Modelle, wie ich finde. Und gerade im Bereich Headset war mir jetzt gar nicht so was, kannte ich nichts. Logitech zielt damit natürlich auf den Bildungsbereich ab, weil unsere Kinder ja auch in Zukunft häufiger wahrscheinlich vor Monitoren lernen werden. Oder auch dann hybrid arbeiten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass sie was hören und dass sie auch was sprechen können. Ich habe den hier vorliegen. Ich halte den einmal an die Kamera. Er ist relativ, naja, er ist kein Mode-Accessoire. Er ist dunkel-grau-blau mit orangefarbenen Verzierungen. Passt wunderbar in deren Bildungs-Line-Up, wo es auch so eine Hülle fürs iPad gibt zum Beispiel. Oder auch, die haben noch auch diesen Stift, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Crayon. Crayon, genau. Der hat auch dieses orange. Also passt alles optisch zusammen. Und es ist auch, ich finde es gerade bei Schülerinnen, finde ich es auch gut, dass es keine Farboptionen gibt. Da gibt es da keine Bergegehrlichkeiten. Dann will da nicht doch jemand lieber, ne, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es immer die falsche Farbe sein wird. Egal, was man dann kauft. Der Kopfhörer ist natürlich für kleinere Köpfe ausgelegt. Jetzt ist meiner nicht der Größte. Bei mir würde er am Ende auch noch passen. Er passt mir auch so lala. Ich bin halt kein Freund von Over-Ear- oder On-Ear-Kopfhörern. Und alles, was mit Bügel ist, macht meinen Kopf kaputt. Aber es würde passen. Und dann hat er hier halt so ein relativ unempfindliches Mikrofon, wovon wir nachher nochmal ein kurzes Snippet reinhören können. Besonderheit ist aber, dass sich Logitech gedacht hat, wir bauen so einen Kopfhörer. Aber alles, was so Optionen sind, das machen wir mal zum Wechseln. Und zwar kannst du die Ohrmuscheln wechseln, kannst du einfach abschrauben und dann kannst du daraus On-Ear-Kopfhörer machen. Ich habe hier in der Zielgruppe mal rumgefragt. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Der eine mag das lieber, der andere das. Hat natürlich auch was mit der Abschirmung zu tun. Also die Over-Ear-Kopfhörer schirmen schon ordentlich was weg. Bei den On-Ears hörst du natürlich diverse Dinge noch durch. Das andere sind die Kabel. Die sind auch tauschbar. Mit so einem kleinen Drehmechanismus kannst du die Klinke aus der Ohrmuschel ziehen. Und hast dann die Wahl zwischen Klinke, USB-C und was brauchen wir noch? USB-A natürlich. Fast vergessen. Das gibt es ja auch noch. Genau, die sind dann wechselbar. Wie genau das zu bestellen ist, kann ich nicht sagen. Es gibt noch keine Consumer-Variante davon. Die soll noch irgendwie nachkommen. Aktuell gibt es halt die Version für den Bildungsbereich. Da würden sich dann Schulen natürlich direkt mit Logitech auseinandersetzen und das bestellen, was sie wohl so brauchen. Ich finde es aber ganz praktisch, nicht nur, dass man das dann an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen kann. Also, wenn ich jetzt auf dem iPad Air, das hat keine Klinke mehr, ne? Nee. Nee, genau. Wenn du da denn dran hören willst, dann brauchst du halt das Ding mit USB-C. Oder wenn du an deinem Rechner mit Klinke sitzen willst, dann hast du halt den. Aber die Dinger gehen halt natürlich auch kaputt. Wobei Logitech lustigerweise angibt, dass die kaufest sind. Also, das ist häufiger vorkommt, dass gelangweilte Schülerinnen auf den Kabel dann rumkauen. Ist wahrscheinlich ein Ding. Ja. Sollen relativ stabil sein, aber kann man dann halt schnell wechseln. Weil Kabelbruch oder so passiert halt noch. Genau. Ansonsten, Kabel sind gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es in der Schule ist, aber alles, was man irgendwie kabelfrei einrichten muss, ist wahrscheinlich irgendwie Hassle. Da ist es am einfachsten. Man steckt irgendwo in so eine Buchse irgendein Kabel rein und dann funktioniert das schon. Deswegen auch da, das finde ich auch okay. Wo ich ein bisschen eine Gefahr sehe, ist bei diesen Verbindungskabeln hier zwischen der Ohrmuschel und dem kleinen Upsi hier. Weil die liegen frei und wer weiß, ob da nicht doch mal irgendwie was hinterhakt und das dann abreißt und so. Das kann ich so nicht sagen. Weiß ich nicht, wie wild so ein Schulalltag heutzutage so ist. Ansonsten finde ich die super, kam auch gut an. Ich glaube, preislich sind die mit 50 Euro liegen die bei 50 Euro. Also, gute Sache. Ich wusste nicht, dass es da nicht so viel Konkurrenz oder Alternativen zu gibt. Deswegen, sehr gut. Logitech. Hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre nach der Pandemie haben wir jetzt das passende Equipment dazu. Das ist gut. Nächste kommt bestimmt. Bitte nicht. Nee, braucht kein Mensch, ja. Nee. Was zu Pandemiezeiten auch nicht ging und jetzt aber wieder geht, das sind einige Zeit schon ähnlicherweise, aber hey, Brücke ist Brücke. Also Freizeitparks. Sven und ich waren unabhängig voneinander um eine Woche versetzt in diesem Dänemark unterwegs und unter anderem auch im Legoland in Billund, direkt am Flughafen. Bevor wir da einsetzen, wir hätten uns fast, also wir hätten abklatschen können, muss man dazu sagen. Weil im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass wir sogar im selben Weg gehaust haben. Das ist schon witzig. Mit, wie heißt das, Line of Sight, Sichtlinie, sagt man das in deutschen? Ja, genau. Zwischen den Häusern. Das ist schon, wir waren quasi am selben Strand und am selben Abschnitt. Wie romantisch. Ja. Aber unter anderem auch im Legoland. Ich war da nur, also am Ende, doch ja, ich würde sagen nur, dank dir Sven, ich habe die Ticketpreise gesehen und dachte, boah, dafür, dass ich mit so einem Alibi-Kind da hinfahre, um mir mal anzugucken, ob das immer noch so ist wie vor 30 Jahren, ganz schön happig. Aber du hattest ja in diesem Internet so ein paar 50-Prozent-Gutscheine gefunden und damit ging es dann, da meinst du immer noch 27, 28 Euro oder irgendwie sowas? Pro Person dann, also pro wirklich Person, auch pro Kind dann, ja. Ich habe gerade mal geguckt, 500 Kronen kostet das wohl regulär. Genau, durch sieben ungefähr. 42 Euro. Online nochmal ein bisschen günstiger. Und aber eben mit dem Gutschein noch, noch was günstiger. Und da habe ich wieder gemerkt, das ist auch je nach Bank nochmal unterschiedlich. Also ich habe, ich habe gerade mal geguckt, ich habe vier Tickets gekauft. Man konnte maximal fünf kaufen mit diesem Gutscheincode auf einen Account und habe jetzt 28,41 Euro pro Ticket bezahlt. Und der Freund, der dann die anderen zwei Tickets gekauft hat, für sich und ein Kind damit, die auch zusammen durchgehen können, haben die dann zwei Tickets, natürlich kaufe ich nicht nur eins. Der hat hier, mich das richtig im Kopf ausrechne, 33,80 Euro pro Ticket bezahlt. Also dann in Euro umgerechnet. Das ist dann ein Wechselkurs der Bank, schwankt auch. Der Bank kennt. Also Bank gehabt. Wie war es denn für dich in diesem Legoland? Naja, wir können ja immer, also erstmal muss ich lobend erwähnen, wir hatten ja dieses, das Thema, hatte Sophia letztes Mal im Tivoli, im Kopenhagen der Tivoli, dass die App so Krütze war. Und daran erinnerte ich mich natürlich und habe die App dann vom Legoland direkt mal runtergeladen und habe gesehen, ach, ist ja schon ganz praktisch, da sehe ich, was es hier so für Dinge gibt. Und da kann ich, ich konnte auch die einfach über die Webseite gekauften Tickets dann in die App laden, weil ich mich gefragt habe, wie drucke ich denn jetzt den Quatsch aus? Ja. Muss man nicht zum Glück. Man hätte natürlich auch einfach wahrscheinlich das PDF scannen können. Aber man kann die dann mit Buchungsnummer und E-Mail-Adresse, kann man die dann in die App laden und dann hat man da seine, ich glaube, wir waren elf Leute, elf Tickets. Plus Parkticket natürlich, ne? Das kostet natürlich extra. Das war ganz praktisch und was ich auch gut fand in der App, dass du direkt die Menschen mit eingeben konntest, die da mitkommen. Und was ja in einem Freizeitpark offensichtlich Relevanz hat, auch die Größe. Ja. Hatte nicht irgendjemand erzählt, dass man zu groß sein kann für irgendwas? Wenn der Bügel nicht mehr zugeht, weil er zu dick ist, das geht. Ja, irgendwo hatte ich, vielleicht hatte ich das woanders gehört. Auf jeden Fall, hier kommt es natürlich nur auf die Größe an. Also ist man groß genug, das fand ich ganz praktisch. Dann sieht man auch direkt, ob man, ob jetzt die ganze Familie da Spaß hat oder ob wieder, ob das kleine Kind alleine am Rand stehen muss, um zu gucken. Da gab es zum Glück nicht so viel. Der Kleine ist noch ein bisschen klein, knapp einen Meter, ein bisschen mehr vielleicht. Und er konnte, glaube ich, wir konnten drei Sachen, konnte er jetzt nicht machen. Ja. Und das andere Kind konnte, konnte eine Sache nicht mitfahren. Ich glaube, da muss man nur 1,30 Meter für, hätte man für sein müssen. Ansonsten, eben mein Erlebnis, ich bin, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, mein erster Vergnügungspark. Ich erinnere mich dunkel an irgendwelche Geschichten hier in der Tolkschau. Bei Schleswig. Vielleicht kennen das Nordlichter. Aber da erinnere ich mich auch nur an so einen komischen Märchenwald mit gruseligen Figuren und so. Das ist alles. Und sonst weiß ich nicht. Sonst bin ich auch kein Freund von Jahrmarkt und sonstigen Attraktionen. Und so, so wilde Maus und so ist halt irgendwie nichts für mich. Wobei mir eigentlich eher so meistens so die Atmosphäre so gerade auf dem Jahrmarkt nicht gefällt. Legoland war eine andere Nummer, anderes Land schon mal. Alle irgendwie sehr entspannt. Die Dänen ja allgemein. Und gefühlt gab es da auch niemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, ich habe keine Mitarbeitenden da gesehen. Auch am Einlass, direkt Handy vorhalten. Ich glaube, da war ein älterer Herr, der sonst geholfen hätte, wenn man nicht weiß, wie rum man das Handy halten muss. Ja. Aber sonst ging das alles problemlos. Und es war auch für, ich weiß nicht, wie war es bei euch, bei uns war es relativ leer. Bei uns auch. Bei uns war es auch ein Tag, der kühl war. Kühl, ein bisschen, zwei Schauer zwischendurch. Ja, kühl war, kühl ist gut. Es war sehr windig, als wir da waren, deswegen war es sehr kühl. Und ich hatte dummerweise meine Jacke vergessen. Und deswegen mussten wir am Anfang erst mal alles machen, was drin ist. Ich fand diese App auch super praktisch. Und ich habe darauf gedrängt, dass wir das vorher mal machen. Das halt auf wenig Echo, schließt auf wenig Echo. So dass ich das so ein bisschen durchgespielt habe, diese App. Und wir hinterher gemerkt haben, oh ja, das wäre doch irgendwie, hier und da wäre es schlau gewesen, das vorher gemacht zu haben. Und es hätte den ein oder anderen, das ein oder andere traurige Erlebnis vorbeugen können. Ja, wenn man sich, wenn man an der Schlange quasi, man ist durch bis nach vorne und dann kommt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit der Stange und dem Legostein und sagt, nee, du kannst hier nicht rein. Den Fall hatten wir nämlich noch einmal, also steht auch draußen, vor jeder Attraktion ist da draußen auch noch so eine Messlatte. Aber nein, man weiß ja, wie groß das eigene Kind ist, nämlich 1,2. 1,22 in dem Fall. Und dann kam nämlich nach einer Viertelstunde Wartezeit dieser Mann mit der Lego-Messchlatte und sagte, hey, das ist höchstens 1,16, das machen wir hier irgendwie nicht. Mit großem Aufstand, sowohl des Kindes als auch der Mutter, weil die ja nun wusste, dass das Kind 1,22 groß ist, bis es dann zu Hause mal, die nur eine Woche alten ärztliche Unterlagen geguckt haben, wo 1,17 dran stand. Und man, ich denke auch so hier und da nicht, ja, weiß ich nicht, man, kann man da nicht ein Auge, auf der anderen Seite denkst du, ja, vielleicht auch nicht. Weil das dann doch dazu führt, dass bei der einen oder anderen Attraktion, in der ich da auch mitgefahren bin, wahrscheinlich würde es dazu führen, dass man doch so Haltebügel einführen müsste. Also weiß ich, diese Wildwasser-Geschichte, die da irgendwie, was hat der da drin, dieses Rundeboot? Die Wikinger? Ja, genau, genau. Da hält man sich halt selbst irgendwie fest. Und ich kann schon verstehen, dass wenn man sagt, okay, wenn das Kind irgendwie einen halben Meter groß ist, das fliegt ja zwischen Ritzen durch, dann müssen wir halt überall so Klemmbügel nachrüsten. Dumme Sache machen wir nicht. Das wird wahrscheinlich eine versicherungsrechtliche Geschichte sein. Man wird da sich ja als Betreiber gegen Verlust von Leib und Leben absichern. Und dann heißt es halt ja, in die Attraktion dürfen halt nur Menschen, die größer sind als ein Kind. Deswegen, also ich finde, das haben sie gut gemacht, dass man das in der App schon mal vorher planen kann und sagen kann, hey, Kind, da kommst du eh nicht rein. Ja. Und dann steht es ja auch immer einmal vor und am Ende kontrolliert noch ein Mensch, ob man richtig gemessen hat. Ist alles safe, finde ich, fand ich auch vollkommen in Ordnung. Eine Frage habe ich. Gibt es im Legoland auch diese Unsitte mit diesen Fastpass-Geschichten? Ich kann mich daran erinnern, sowohl in den USA, bei Disney und Universal, als auch inzwischen sowas wie Heide Park, dass du quasi fürs Vordrängeln Geld lassen kannst. Bzw. Vordrängeln darfst gegen Geld und dann halt schneller in so einer Attraktion drin sitzt. Da gibt es die Stange, da stehst du drei Stunden. Da gibt es die, die geht fünf Minuten, kostet aber extra. Ja, ja, die Unsitte gibt es da auch, hatte ich auch beim Ticketkauf gesehen. Habe ich dann natürlich nicht geklickt. War auch gut, weil es waren zwar noch in Schleswig-Holstein, meine ich, Ferien, aber sonst nirgendwo. Also der Park war relativ leer, also vergleichsweise leer. Ich weiß nicht, er kann, also wenn ich so die Schlangenführung gesehen habe, kann das, kann da wesentlich mehr Menschen rein. Und die Wartezeiten werden auch in der App direkt angegeben. Also du kannst dann sehen, aha, hier ist es gerade besonders voll. Dann lass mal wieder, lass mal lieber woanders hin gehen. Faden verloren. Nee, genau, und der Fastpass, das hat auch niemand genutzt. Und die Wartezeiten waren auch immer kürzer, als das, was angegeben war. Also das war alles entspannt. Aber ja, es gibt da die Unsitte, hier gib mir Geld und du darfst dich vordrängen. Das ist halt auch irgendwie scheiße. Was ich ein bisschen frech fand, bei allem Lob für die App und so, aber in Nähe dieser ganzen Wasserfahrgeschäfte gab es, hast du ja auch gesagt, Trocknungsautomaten. Nee, hab ich nicht gesehen. Hätte ich aber vielleicht gebraucht, ohne Jacke. Ja, also Infrarot-Trocknungsautomaten, wo man es reinstellen kann als Mensch und auch als Gruppe. Also, aber mit so einem NFC-Terminal für die ganze Karte erstmal gegenhalten und auch nicht zu knapp, also mit drei Euro irgendwas oder so. Kann das nicht mit drin sein im Preis wenigstens? Ja, das hatte ich auch in den Bewertungen vorabgelesen, dass es da doch auch Dinge gibt, für die man denn wieder extra zahlen muss. Diese Jahrmarktsbuden und so. Ja, so war, da war genug anderes. Also, da waren die Kinder auch überhaupt nicht, hat nicht einer mal gezuckt und gesagt, das will ich unbedingt machen. Die waren den ganzen Tag so beschäftigt. Aber dafür war der Eintritt ja verhältnismäßig günstig. Also, diese Rabatte scheint man ja von vornherein mit einkalkulieren zu können. Ich kann mich auch irgendwie daran entsinnen, dass für Legoland immer auf irgendwelchen Müsli-Packungen oder Wurstpackungen kurz drauf sind. Und ihr sagt 27 Euro oder sowas, also um die 30 Euro für ein Ticket finde ich sehr, sehr günstig. Die Vergnügungsparks sind ja sonst dann nochmal doch deutlich teurer. Also gerade sowas wie Disney oder sowas, da zahlst du ja gut und gerne dreistellig. Man muss mit den Coupons aufpassen, gerade auf Müsli-Packungen und sowas. Die gelten dann, wenn man die hier kauft, die häufig für das Legoland in Deutschland. Es gibt hier auch so einen Ableger vom Legoland. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Im Süd, kannst du verdecken. Irgendwo in Bayern, glaube ich, oder? Und es gibt jetzt noch, es gibt in Berlin jetzt ein Lego Discovery Center oder so. Oh, okay. Habe ich gesehen. Aber was waren denn so deine Highlights? Hast du alles mitgemacht? Ich habe nicht alles mitgemacht. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Also ein paar Sachen hatte ich auch keinen Bock drauf. Und ein paar andere Sachen. Also wir hatten auch so einen Hund dabei. Und jemand musste immer auf den Hund. Für die ist wenig da, ne? Für die ist wenig. Ja, für die Hunde ist auch keine Grünflächen da. Hunde sind erlaubt. Also wir dürfen natürlich nirgends mit rein in die Fahrgeschäfte. Das ist auch, aber okay. Aber es ist auch nicht so, dass man, hey, hier ist dieser Hundespot, wo man nur hinpinkeln kann. Den musst du halt schon irgendwie da in die Ziergardiolen am Wegesrand dann mal sich erleichtern lassen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber also ich hatte häufiger mal Hundedienst, weil da natürlich auch die Eltern mit den eigenen Kindern da irgendwie in die Fahrten rein wollten und so. Ich fand dieses Wikinger-Ding ganz cool tatsächlich. Diese Wildwasserfahrgeschichte. Und ich fand auch die Sachen, die gar nicht so unbedingt Achterbahn sind, fand ich gut. Also es gab ja diese Monorail-Geschichte, die so ein bisschen erhöht, keine Ahnung, vier, fünf Meter erhöht, durch das Legoland durchfährt. Ich mochte diesen Turm, wo man irgendwie hochfahren kann. Das ist so ein sich drehender Turm, wo man das ganze Ding mal von oben begutachten kann. Aber das war nicht der Leuchtturm, ne? Du meinst Lego Top oder so hieß der. Nee, direkt am Anfang. Du läufst direkt darauf zu vom Eingang. Und ich weiß gar nicht, ich fahre noch in zwei anderen Achterbahnen. Ich frage mich nicht, wie die heißen. Die eine war blau, die andere war gelb. Blau und gelb. Okay, das ist... Ja. Also für eine Achterbahn, das ist auch alles irgendwie, ja, ist ganz nett. Aber deswegen würde ich nicht hin, deswegen wäre ich jetzt alleine nicht hingefahren. Was ich nett fand, war, da hattest du mir auch Fotos von, dieses Aquarium. Was sie mit einem Sea-Life zusammen haben. Also wenn man schon mal in so einem Sea-Life-Aquarium war, Timmdorfer Strand ist eins zum Beispiel. Das ist da ganz ähnlich aufgebaut. Also ein echtes Aquarium mit echten Fischen drin, aber halt auch so überdimensionalen Lego-Figuren und Lego-U-Booten, die da drin sind. Und auch so ein Tunnel, wo man durchgehen kann. Also wo man links und rechts in dem Kopf und über sich Fische schwimmen hat. Das fand ich ganz nett. Ja, und auch die Geschichten drumherum, ne? Also es wird ja immer irgendwie erklärt, warum das jetzt so ist. Dass man jetzt mal nach Atlantis taucht und so. Das war schon ganz nett. Was ich, Sachen, die ich interessant, also die man wissen muss. Dann ist vielleicht auch genug Ausflug ins Legoland. Aber wenn ihr da jetzt hinfahrt, weil ihr die App cool findet. Zwei Sachen, die man wissen muss. Getränke kann man gerne mit dabei haben. Man kann, es gibt so Automaten. An denen kann man Mehrwegbecher sich ziehen. Von der Coca-Cola Company. An diesen Automaten kann man über 100 verschiedene Drinks trinken. Und man kauft, ich glaube umgerechnet, kostet irgendwie 22 Euro, kostet der Becher. Dafür kannst du alle Viertelstunde neu auffüllen. Oder gibt es irgendwie... Wird das gemessen? Ich habe es nicht gekauft, weil ich das absurd fand. Aber ich nehme an, da wird so ein NFC-Chip drin sein. Okay. Und sagen kann, hey, diese Becher-ID muss noch zwei Minuten warten, bis du hier die nächste Fanta trinken darfst. Auf der anderen Seite... Ich kann keine Fanta mehr. Ich kriege den Fanta-Bau. Auf der anderen Seite... Diabetes lässt grüßen. Ja. Aber wenn du es ein bisschen weiterdenkst und im Sommer ist... Also wir waren jetzt ja wie gesagt Ende April da und wir waren in vier Stunden glaube ich da ungefähr, viereinhalb Stunden vielleicht, weil es dann auch irgendwann einfach kalt wurde. Aber wenn jetzt so im Sommer da ist und den ganzen Tag da ist, dann ist das schon wieder nicht so unfassbar teuer, 20 Euro über den Tag für... Ich schleppe die Kränke nicht mit mir rum, sondern habe da ständig irgendwas. Auf der anderen Seite kickt natürlich wie überall in den Markt die ganzen Zucker- und Fettsteuern und irgendwie sowas. Und wir waren zu... Wir waren mit vier, fünf Erwachsenen und zwei Kindern da und so eine Runde Fritten mit so ein bisschen Mayonnaise drauf, kostet einfach 60 Euro. Ja, witzig. Muss man vorher wissen. Wir hatten... Wir hatten was mit, also so ein bisschen was, ne? Wir hatten halt Wasser mit und dann so geschnippeltes Obst und Gemüse und die Kinder haben einfach vergessen zu essen. Also die haben das zwischendurch mal hier so, ne? Geknabbert und so. Aber die haben, glaube ich... Wir waren um Punkt 10 da und sind da auch erst so kurz vor fünf dann rausmarschiert und ich glaube, die haben das einfach vergessen. War einfach zu aufregend. Generelle? Ja. Generelle Frage, das beschäftigt mich schon die ganze Zeit, weil ich war noch nie in einem Legoland und würde mir vorstellen, wenn es heißt Legoland, dass da auch alles aus Lego gebaut ist. Gibt es da auch Lego? Ja. Also die Achterbahn ist aus Lego? Ja, nein. Ist das vertrauenserweckend? In Lego-Optik. Okay. Nein, es gibt ja auch das Miniaturland, so ein bisschen wie hier Miniaturwunderland in Hamburg, nur in klein und alles aus Lego. Aber selbst da waren die Kids schon begeistert, weil es bewegt sich auch irgendwie alles und es gibt viel zu entdecken. Und auch sonst im gesamten Park sind immer wieder Dinge, Statuen, Tiere, was auch immer, ist immer alles Lego. Also alle Figuren, ich weiß nicht, dieser Piraten, wart ihr da mit dem Piratenbooten unterwegs in der Höhle? Da sind so Szenarien aufgebaut, wo sich dann auch Figuren bewegen und so, das ist alles aus Lego, ja. Und auch alle Fahrgeschäfte muten so ein bisschen an, als könnte man das aus Lego nachbauen. Die Becher sind auch aus Lego. Läuft alles unten raus. Und natürlich gibt es auch einen dezenten Shop, wo du Millionen lassen kannst. Aber da habe ich dich vor gewarnt. Ja. Warst du trotzdem drin? Nee, nee, nee. Ich war, ich weiß gar nicht, wer mit den Kindern, wo die Kinder zu haben, ich war mit einem Freund in dem Aquarium-Dings. Und danach? Ach doch, genau. Da war ich mit den Kindern und anderen Leuten schon in diesem Miniaturwunderland da nochmal eine Runde drehen und dann waren zwei andere aus der Gruppe Erwachsene in diesem Shop. Aber ja. Das ist das Leben. Was gibt es denn in diesem Shop? Ist das so einfach ein riesengroßer Lego-Store, wo du alles bekommst? Oder gibt es da dann auch exklusive Sachen, die du nur dort bekommst? Wahrscheinlich alles. Naja, also riesengroß würde ich ihn jetzt nicht nennen. Es gibt vieles sehr teuer, finde ich. Also auch teurer, als wenn du es hier regulär kaufst. Also UVP wahrscheinlich. Nee, noch teurer. Also ich weiß nicht, ob da der Umrechnungskurs einschlägt oder so. Aber mir kommt das sehr teuer vor. Höhere Mehrwertsteuer, oder? Ja. Kann sein. Lego-Steuer. Aber es gibt so ein paar exklusive Sets, glaube ich, die du wirklich nur da kaufen kannst. Sowas wie den Ride aus dem Legoland oder so. Okay. Aber wirklich nicht viel. Ich hätte ja, ich habe irgendwie auch so eine Kaffeetasse spekuliert. Aber gab es halt nur so einen Plastikbecher, der quasi dem Ende nachempfunden war, den man kennt von den Lego-Figuren. Die haben auch so einen überdimensionalen Henkel, so einen dicken Henkel. Und das war halt auch Plastik, war irgendwie nicht cool. Schade. Sonst hätte ich dann noch mehr Geld gelassen. Umsatzsteuer normal ist als 25 Prozent in Dänemark. Ja gut. Weil immerhin schon mal ein Teil der Differenz. Ja, also das eine Kind hätte gerne so ein Kuscheltier gehabt. Ich glaube, da war über 50 Euro stand da drauf. Und er hat gesagt, nee, für ein Souvenir ein bisschen viel. Ja. Was so dein Fazit? Mein Fazit ist so, schon ganz nett, aber man braucht halt irgendwie Kinder dabei. Unbedingt, ja. Ich würde auch sagen, wenn die Kinder zu groß sind, verlieren die vielleicht ein bisschen den Spaß. Wobei wir hatten auch Zwölfjährige dabei. Die hatten trotzdem einen guten Tag. Ich würde sagen so 7, 8. Das ist ein gutes Alter. 1,30 ist eine magische Zahl. Wenn die so groß sind, können sie alles mitmachen. Also die Schuhe mit Plateau. Ich fand's super. Also wie gesagt, ich bin da überhaupt kein Experte. Ich kenne sonst keinen anderen Vergnügungspaar. Kann das also nicht vergleichen. Fand's gut. Wahrscheinlich wäre es wieder ein anderer Eindruck gewesen, wenn es noch voller gewesen wäre. Noch mehr Menschen. Das würde mich wahrscheinlich tierisch stressen. Ja. Ansonsten, ich fand's gut. Also die Rides waren auch, ich war überrascht von dem einen, vom eigenen Kind, dass das so Thrillseeking war. Dass es wirklich alles mitnehmen wollte. Und ich so, boah, muss ich da wirklich rein? Naja. Habe ich überstanden. Den komischen Habe ich da? Oder was war das mit Looping? Flying, nee, Looping gab's gar nicht. Flying Eagle, ne? Flying Eagle, der war relativ schnell. Es gab dann noch so eine richtig schnelle, so eine ganz kurze, die so ganz kurze, so enge Kurven nimmt. Die fand ich auch erschreckend. Und noch eine, wo der gesamte Wagen so einmal absackt. Ja. Ähm, naja, ansonsten, ich überlege gerade, was noch so ein Highlight war. Hast du diese, diese, ähm, hinten beim, beim Lego Movie Dingsbums, Emmets, irgendwas, soll so ein 3D-Gedöns gewesen sein, wo man quasi so auf so einer Plattform schwebt vor so einer halben Kuppel, wo dann so ein Video gezeigt wird. Da wolltest du auch leider nicht hin. Für die Erwachsenen schon hart an der Kotzgrenze gewesen sein, weil es wohl sehr so mit Motion Sickness und so, haben wir auch nicht gesehen, nee. Und beim, bei einigen Rides haben wir nicht gecheckt, was man machen muss. Beim Ninjago Ride soll man diese 3D, da fährt man mit so einer 3D-Brille durch, soll man diese 3D-Figuren, äh, wegschlagen. Naja, das eine Kind war aber so, so eingeschüchtert, sag ich mal, da war nicht viel mit bewegen. Nee, weil sonst, ich fand das ein gelungenes Abenteuer und ich glaube, für die Kinder war das auch mega. Aber zum Aufhänger, diese App ist da eine echte Empfehlung, das einfach vorher zu machen, äh, um vorher abzuchecken, also um zu gucken, was gibt's eigentlich, um zu gucken, was ist irgendwie ein geschmeidiger Weg dadurch. Welche, äh, äh, Achterbahn muss ich umschiffen, weil die Kinder eh nicht rein dürfen. Wovor kommen wir am besten gar nicht erst in Sichtweite von. Wobei, auch nochmal zum, da muss ich auch nochmal, ähm, zum Aufbau muss ich auch sagen, haben die das wirklich gut gemacht, dass man, das sind ja so eigene Bereiche, aber in jedem Bereich gibt es für jede Altersklasse so was zu erleben. Ähm, ähm, das ist jetzt nicht so, dass die Großen irgendwie da hinten hingehen und dann stehen die Kleinen nur am Wegesrand rum, sondern die haben dann auch immer daran gedacht, dass die Kinder auch verschieden wo alt sind und dann ist auch für die ganz Kleinen noch irgendwie was zu tun. Und, also, das haben die schon irgendwie, fand ich, gut gemacht. Ja. Jetzt hab ich auch Lust. Ja. Ja. Dänemark immer eine Reise wert. Ich war einmal in Dänemark, aber nur so als Tagesausflug von Sylt aus. Einmal in Dänemark? Na gut, Bremen ist weit weg. Das Ende der Lande, ist deutlich näher dran. Ja. Na, für uns ist das ja quasi zweites Zuhause. Ja. Gut. Kommen wir zurück zu Technik-Themen. Und zwar, ähm, nochmal Google. Nachdem wir die gerade schon hatten bei diesen AirTags, ähm, haben wir die jetzt als, boah, Vorreiter ist vielleicht zu groß, aber, ähm, Google ist so das erste Unternehmen, was alle kennen und wo jeder irgendwie ein Account hat, die jetzt mit Passkeys anfangen. Ähm, ich hab in den Shownotes einen Artikel verlinkt, einen Blogbeitrag, ähm, von, von Google, der da heißt, äh, Safety and Security, the beginning of the end of the password. Ähm, ähm, Passkeys kennen wir als Apple-Fans spätestens seit dem vergangenen Jahr, als auf der, ich glaube auch auf WWDC, ähm, vorgestellt wurde, dass Safari das jetzt irgendwie kann, so denn die Dienste unterstützen. Was passiert ist, ähm, man braucht sich kein Passwort mehr zu merken, sondern es wird von der, von der Webseite, vom Dienst, ähm, ein, ein, äh, einmaliger Schlüssel in deiner Pass, äh, sagen wir mal schnell hier, Keychain abgelegt. Das kann auch synchronisiert werden, ähm, über dein Apple-Geräte hinweg, das kann nicht einfach so synchronisiert werden von deinem iPhone auf dein Android-Tablet oder so, das ist dann mit Umwegen, weil da halt die Keychain nicht drauf funktioniert, ähm, geht mit Umwegen aber auch. Und, naja, Google ist jetzt so die erste riesengroße Hausnummer, die das anstoßen, und zwar, ähm, 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 kann man das jetzt tun für alle normalen Google-Accounts, und zwar, wenn man auf die Seite g.co slash passkeys, ähm, geht, ähm, für Google-Workspace-Accounts geht das noch nicht. Das heißt, ich habe das noch nicht testen können, weil meine, meine, meine private Mail-Domain hier at chucknets.de, äh, läuft bei Google auf und ist damit so eine Workspace-Geschichte, ähm, aber hier steht drin, Administrators will soon have the option to enable passkeys for the end-users during sign-in. Ähm, das wird also demnächst irgendwie auch für alle, alle gehen, aber wenn ihr einen normalen Google-Accounts, peter.mussermann.gmail.com habt, ähm, könnt ihr jetzt auf g.co slash passkeys gehen und das, äh, ausprobieren. Habt ihr das zufällig schon getestet? Habt ihr Google-Accounts, wenn ihr das geht? Nein, hab ich auch nicht probiert. Ich hab bisher, ähm, das ein einziges Mal testen können mit einem, mit einem Shop, ähm, der schon passkeys unterstützt, und das ist genau so, wie man das haben wollen würde, ähm, man klickt da im Browser, in den, im Konto auf, ja, ja, ich möchte dieses passkeys-Dings machen, und dann muss ich nochmal mein Passwort eingeben, weil ich ja schon einen bestehenden Account da hatte, und dann war das fertig, einfach so, und dann schmeißen die das, schmeißen die das Passwort weg und nutzen, ja, okay, ja, vielleicht, welchen, magst du sagen, wer das war, was das war, oder? Ja, müsste ich in meinem Kopf googeln. Lass laufen im Hintergrund. Ist schon ein paar Monate her. Ich erinnere mich an die Experience, aber nicht mehr an den Shop. Naja. Ja, so viel dazu, das ist, glaube ich, eher so ein, aus der Ecke der, äh, Chronistenpflicht. Dinge passieren da. Ja, Passwörter gehören irgendwie weg. Ja. Ähm, wo wir aber gerade bei Shop waren, kann ich ja die Überleitung einmal nehmen, und einmal, es war ja, in, hast du ja vorhin gespoilert, im Aufreger-Bereich. Ah, das ist hier runtergerutscht. Ha. Genau, und ich hab's dann aber, weil so, weil sich so viel aufgeregt wurde, hier einfach mal in die Apps gepackt, weil es ja auch eine App ist, und ich will's auch nicht empfehlen, ich will eigentlich nur sagen, dass es das gibt, und dass ich das ganz gruselig finde, und zwar gibt's, äh, von Amazon eine App, die nennt sich Shopper Panel, und wenn man da seine Seele verkauft, kriegt man 35 Cent pro Umfrage oder so, irgendwie so. Ähm, naja, Amazon will irgendwie Daten sammeln, bietet dafür eine eigene App, und, äh, der App muss man dann so ziemlich fast den gesamten Zugriff erlauben, aufs Telefon, auf die, vor allen Dingen auf die Verbindung, die wollen dann gucken, welche Anzeige wurde, wo, wann, wie, und auf welcher Seite gesehen. Dafür müssen die natürlich darauf zugreifen können. Ähm, finde ich ganz gruselig, Amazon bezahlt das wohl irgendwie mit 35 Cent pro, weiß ich nicht was, und dann gibt's auch noch irgendwelche Umfragen, ähm, die man, womit man dann auch nochmal Geld verdienen kann, in Anführungszeichen. Ähm, finde ich alles irgendwie fragwürdig, und ich würde das nicht unbedingt... Ja, installieren. In den USA ist es sogar noch krasser, da kannst du sogar noch, wenn ich das richtig verstanden habe, Kaufbelege und Bonds von anderen Geschäften hochladen. Das finde ich sogar noch krasser. Naja. Habt ihr da Bock drauf? Ich hab mir das angeguckt, nachdem du das da in die Show uns gepostet hattest, und, ähm, der erste Teil, den finde ich easy peasy, das ist diese Umfragegeschichte, da gab's bloß ja eine einzige Umfrage für mich, in all den ganzen Tagen, da hab ich 25 Cent mehr verdient, war nur eine Anzahl für nötig. Ach, du hast das wirklich... Du bist ja... Ja. Was machst du jetzt damit, mit dem so einem unerwarteten Reichtum? Das wird in Amazon-Guthaben ausgezahlt. Ja. Natürlich. Achso, es ist nicht mal echtes Geld. Naja, also ich kauf nur bei Amazon, das ist wie echtes Geld für mich. Ja, aber ich... Ja, gut. Ähm, aber, ja, diese andere Geschichte, also, ja, Werbung wollen die irgendwie mittracken, und das ist, passiert ja sogar, es geht ja sogar so weit, dass du ein Profil installieren musst auf deinem iPhone, ähm, was dir in anderen DNS unterjubelt. Also, das steht da alles. Unterjubelt ist das falsche Wort, das steht da alles. Erzählen dir, was passiert. Aber all deine Webseitenaufrufe und so laufen dann über so ein Amazon-eigener DNS, und die können dann mitschneiden, welche Werbung du ausgespielt bekommst und was du anguckst und so. Das mach ich nicht. Ne, genau. Funktioniert auch natürlich dann nicht mit irgendwelchen VPNs oder iCloud-Private-Relay oder so. Das funktioniert natürlich dann nicht. Also, wie gesagt, freiwillig und wissentlich an so Umfragen teilnehmen, da kann man jetzt irgendwie nichts gegen haben, finde ich so. Wer das machen möchte, soll das bitte dann machen. Für ein Apple und ein Ei ist vielleicht besser als durch TikTok scrollen, wenn man auf dem Klo sitzt, da kann man mal irgendwie 37 Cent verdienen. Ähm, aber von dem anderen Kram würde ich dringend abraten. Ja. Okay, sind wir uns einig. Aber was wollten die wissen? Wie du bist, wer du heißt? Kann ich das nochmal, kann ich das einsehen? Kann ich die nochmal machen? Anzeigen. Dann kriegst du schon 50 Cent. Ne, nochmal, ne, das kann ich nicht nochmal machen. Aber ich glaube, da ging es einfach nur ums Haushaltseinkommen oder irgendwie sowas. Ja, klar. Okay. Eine Umfrage abgeschlossen. Ich kann dir die nochmal anzeigen. Ich meine, ich bin jetzt mit dem Säger, das war Haushaltseinkommen und dann musste man das einsortieren. Na, du, Haushaltseinkommen in so 10.000 Euro sprüngen. Oder 5.000 Euro sprüngen. Oder 5.000 Euro sprüngen. Oder 5.000 Euro sprüngen. Vielleicht haben wir ja 5.000 Euro sprüngen, aber ja. 10.000 Euro und 25 Cent. Das war auf jeden Fall so ein relativ breites Spektrum. Du konntest irgendwie sowas, ja, 5.000 Euro, glaube ich, hätten. Naja, die werden das schon irgendwie so machen, dass sie doch am Ende relativ exakte Dinge wissen. Muss ich kurz nur abschweifen, ich ist mir nur vorhin vorbeigeflogen, wo wir hier bei Werbung sind und so. Ich habe was von einem werbefinanzierten Fernseher gesehen. Das ist ja so ähnlich. Dann kauft man sich keinen Fernseher mehr, sondern bestellt den einfach, stellt den da hin und der zeigt dann dauerhaft wahrscheinlich in, so als Pop-up irgendwie Werbung. Das finde ich auch furchtbar. Ich finde das aus Arztpraxen. Da gibt es irgendwie so Wartezimmer-TV. Und ich glaube, das ist schon immer auf die Praxis irgendwie so ein bisschen angepasst, aber es läuft natürlich auch irgendwie auch Werbung. Wahrscheinlich kriegen die, also ich weiß es nicht genau, ich vermute, die Ärzte kriegen das halt umsonst hingehangen. Die müssen vielleicht nicht mehr ganz so viele Illustrierten ins Wartezimmer auslegen. Alles irre. Ja, Werbung ist so, wir kriegen das ja jetzt gerade alle mit, mit den Streaming-Diensten und so. Werbung kommt halt gerade zurück. Das ist echt nicht so schön. Ja, die 90er kommen zurück, ne? Also ernsthaft, jetzt wo ich so inzwischen, Simon, ich habe inzwischen mehr Streaming-Dienste abonniert, als ich jemals TV-Sender empfangen habe, so gefühlt auf jeden Fall, als ich mich aktiv gesehen hätte. Und wenn wir jetzt auch noch alle Werbung haben, bin ich zurück im Privatfernsehen der 90er. Mhm, genau. Fehlt nur noch, dass wir auch, also immerhin dann Werbung ja nur zwischen Filmen und zwischen Episoden und nicht noch mittendrin in Episoden, aber du hast ein Product Placement, das ist vielleicht auch, das ist so ein, ja. Das ist so ein Laufband, das einfach immer, ja, gleich läuft. Ja, das ist alles unklar. Naja. Ich habe auch noch eine sinnvolle App-Empfehlung, also vielleicht sinnvoll. Und zwar, ich weiß nicht, mich hat es noch nie gestört, ich kenne aber Leute, die das stört, hat euch das schon mal gestört. Folgendes. Wenn ich ein Textdokument aufhabe und dann Text ausschneiden möchte, wie mache ich das? Ja, Command C. Ausschneiden? Achso, X, ja, klar. Gott sei Dank. Ich bin abgelenkt, weil ich die App gerade parallel installiere, weil das tatsächlich ein Problem ist, was ich habe. So, genau. In Texten oder auch in Grafikprogrammen, in der Regel ist Command X, Cut ausschneiden. Dann kann ich mit Command V irgendwo wieder einfügen. Das ist im Finder nicht so. Im Finder geht das nicht. Da gibt es kein Command X. Da wäre die Option, wenn ich ein Objekt verschieben möchte, also auch stammt, woanders einfügen möchte, das mit Command C, Command Copy zu kopieren, an den neuen Ort zu wechseln und das mit Command Alt V einzufügen. Also Command V würde es einfach nur duplizieren quasi, eine Kopie davon erstellen und Command Alt V verschiebt es dann dahin. Und mitgebracht habe ich ein Tool, das da heißt Command X. Und große Überraschung, es macht genau das, was ihr jetzt erwarten würdet. Das ist eine kostenfreie App, gibt es schon seit über vier Jahren, ist mir bisher nicht untergekommen und bringt dem Finder Cut and Paste bei. Man sieht die App, muss ein paar Freigaben da irgendwie erfüllen und kann danach mit Command X Dateien, Ordner aus Finder-Fenstern ausschneiden und einfach mit Command V an einer anderen Stelle verbringen. Ich habe mich über die Jahre hinreichend daran gewöhnt, an Command C und Command Alt. V, dass ich das, ich will das gar nicht. Aber ich glaube, gerade wenn man das irgendwie nicht im eigenen Hirn verdrahtet hat oder nicht wusste, dass das so geht oder jetzt frisch von Windows wechselt, wo es glaube ich auch ein Ausschneiden im Explorer gibt, heißt Explorer Explorer, Fragezeichen, das Ding da jedenfalls, kann das vielleicht eine ganz gute Hilfe sein. Punkt. Yay, funktioniert. Ja. Ja, warte mal. Na, doch, funktioniert. Ja, ja. Nicht beschweren. Ich habe das hier durchaus getestet, so ist es nicht. Kommen wir zu Streaming, Gaming, Gaming, Streaming und so. Du hast, Stefan, ein Spiel durchgespielt, das ich noch nicht mehr runtergeladen habe hier. Ich bin da sehr weit am Anfang quasi. Ja, genau. Dann hast du noch schöne Stunden vor dir. Ich, äh, ein bisschen geschummelt, da steht durchgespielt. Ich bin vor dem letzten Bosskampf. Ähm, den habe ich mir für heute aufgespart, wurde dann gestern zu spät. Ähm, Star Wars, Jedi Survivor, eine Fortsetzung eines Spiels, das vor Jahren erschien. Ähm, die Geschichte von Cal Kestis, äh, einem Jedi, wen wundert's, äh, einer der Überlebenden der, äh, Order, äh, 66, ähm, quasi, äh, in der Star Wars-Historie, ähm, der Befehl, der ausgegeben wurde, um die Jedis, äh, auszulöschen. Und er eben einer der wenigen Überlebenden und im Aufbau des Widerstands quasi eingebunden. Also die, das erste Spiel hat mir Spaß gemacht, aber es hatte, Story-mäßig nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Das ist im zweiten Teil komplett anders. Da hat man, äh, wohl ganz offensichtlich, äh, eine große Portion gelernt in Sachen Storytelling. Und das Ganze gefällt so gut, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, ich meine, Disney haut sowieso eine Star Wars-Serie nach der anderen raus, dass, äh, das auch nochmal irgendwie verfilmt werden könnte. Ähm, ich glaube, so, allzu viel darf man gar nicht zu der Story sagen. Ich finde einfach den Protagonisten, äh, sympathisch. So ein Rothaariger, äh, der begleitet wird von so einem, nach einem kleinen, äh, Droiden. Ich meine, Star Wars ohne Droiden geht nicht. BD-1. Äh, so ein kleiner Blechkasten, der dir irgendwie immer auf der Schulter rumhüpft. Ähm, ähm, und, äh, im späteren Spielverlauf dir auch, äh, besondere, äh, Fähigkeiten zusätzlich zu den eigenen gewährt. Und deine eigenen Fähigkeiten sind halt vor allem der, äh, jedi-typische Lichtschwertkampf, der in verschiedenen, äh, Stilen ausgetragen werden kann. Ähm, also sowohl mit einer Klinge als mit einer Doppelklinge, als auch mit einer Parierklinge. Ähm, natürlich ist man auch machtbegabt und kann da auch, äh, Gegner dann an sich heranziehen oder wegstoßen, in die Luft heben. Ähm, ähm, und natürlich kann man das alles auch noch miteinander verbinden. Und man hat Spaß daran, sich, äh, so, so mächtig zu fühlen und mit Lichtschwert in der Hand, äh, sich durch, äh, Sturmtruppenhorden zu metzeln. Ich würde fast sagen, dass es, äh, mit das beste Star-Wars-Spiel, das ich bislang gespielt hab. Hat auch, hat auch seinen Witz. Ähm, wer, wer Richtung Ende des Spiels, äh, den Boss Rick, der Türsteher, äh, sieht, der wird sicherlich auch einmal schmunzeln müssen. Und so schmunzeln Momente gibt's, äh, einige, aber es gibt auch, äh, Charaktermomente. Also, das Ganze ist natürlich schon alles auch tragisch und, äh, wichtig und überhaupt und sowieso. Ähm, aber es bringt eigentlich alles an, an Star-Wars-Momenten rein, was man aus den ganzen Filmen kennt. Aber es wirkt trotzdem nicht so, als hätte man sich alles zusammen geglaubt, um sagen zu können, ja, ja, hier die Checkliste, typische Star-Wars-Momente, wirkt natürlich und, äh, ist quasi das volle Programm. So, dass man sich die Frage stellen muss, ich glaub, das Spiel ist ursprünglich als Trilogie geplant gewesen, was die noch alles drauflegen wollen für den dritten Serienteil. Mich erinnerte das auch schon, das erste Spiel, ähm, ist vom Entwickler Respawn. Die sind vor allem bekannt für Titanfall. Da war der erste Teil vor allem so ein Mehrspieler, äh, Shooter. Der zweite Teil hatte eine Story und die war auch sehr, sehr cool. Äh, aber ein zentrales Element war die Beweglichkeit der eigenen Figur und ein Hauptaugenmerk lag darauf, dass du an, ähm, Wänden entlangrennen konntest. Und genau das Element findet sich auch in den, äh, Jedi-Spielen wieder. Ähm, es hat durchaus so ein bisschen Plattformer-Charakter, weil, äh, ja, nicht nur an den Wänden, äh, langgerannt werden muss, sondern man hat dann auch so ein Zugseil, mit dem man sich, äh, von einem Punkt zum anderen, äh, ziehen kann. Ähm, oder, ähm, an Gittern entlang klettern muss. Ähm, also man hat auch mehr zu tun, als nur das, das Schwert zu schwingen. Oh, ja. So, so ein paar Augenblicke stand ich wie der Ochs vorm Berg, wo ich weiter wusste. Wegfindung soll nicht ganz so einfach sein, hab ich mitgekriegt. Da, ähm, manchmal wusste ich nicht, wo es, wo es dann dann irgendwie lang geht. Und tatsächlich musste ich so ein, zweimal in eine Komplettlösung reingucken. Und das Tragische war, ich stand immer schon quasi direkt davor. Und hab's nicht gesehen. Äh, also ich glaub, das ist kein Spoiler. Aber wer nicht weiß, wo es weitergeht, die Karte, die man aufrufen kann, die gibt immer schon einen ganz guten Hinweis darauf, wo es dann weitergeht. Und wenn man da nicht sieht, wo es weitergeht, muss man einfach gucken, ob da nicht irgendwie so ein Schlitz in der Wand ist, wo man sich so durchdrücken kann. Äh, dann passt das meist. Äh, glücklicherweise das Gefühl auch, dass es nicht mehr ganz so viele Momente gibt, wo man sich durch irgendwelche Spalten durchdrücken muss. Ich hatte das Gefühl, im ersten Serienteil war das nicht nur irgendwie Stilmoment für cineastische Präsentationen und auch mal noch ein paar Worte zwischendrin verlieren können, sondern Kaschieren von Ladezeiten oder sowas. So penetrant, wie das war. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Wird viel geschimpft, ob der Technik, aber vor allem die Windows-Version betreffend. Auf Konsole ist das nur auf den, ja gut, Next Gen sind sie ja nicht mehr, Current Gen Konsolen zu haben, also PlayStation 5 und Xbox Series. Da läuft es eigentlich ganz okay. Gespielt habe ich auf einer PlayStation 5. Ähm, ich hatte so ein bisschen Tearing, also dass quasi das Bild immer so ein bisschen zerrissen ist. Ähm, also, wenn du dich, vor allem wenn du dich schnell bewegst, dass das Bild sich quasi innerhalb verschiebt. Dass quasi ein Teil schneller dargestellt wird als der andere. Ja. Ähm, und eigentlich, meine Klotze hat dieses VRR, also kann sich irgendwie so dynamisch anpassen an die Bildwiederholraten und soll genau sowas verhindern. Aber ich glaube, der Schwellwert ist bei, ich glaube, 48 Frames oder sowas. Und das Spiel sackt aber selbst im Performance-Modus unter diesen Schwellwert. Und dann gibt es halt eben so ein Problem. Also Performance-Modus kann gern noch mal ein bisschen mehr Performance haben. Und den sollte man auch spielen, weil ich finde so Spiele mit so viel Bewegung und Action, die wirken mit Ziel 60 Frames schon immer sehr viel angenehmer als mit 30. Und selbst im Performance-Modus sieht das alles echt top aus. Also zwischendrin so Momente, wo man denkt, okay, das ist schon ein Spielfilm. Andere, da sieht man ja, klar, ist halt ein Computerspiel, aber... Ich bin gespannt. Ich habe vor, dieses Wochenende endlich diesen Horizon-Teil durchzubekommen. Und bevor ich dann das Add-on jetzt kaufe zu Horizon für, ich weiß nicht, auch 1.000 Euro oder eben sowas. 20 Euro. Siehste. Da ist so eine Menge Amazon-Umfragen. Ja. Eigentlich ist jeder Jedi-Spiel spielen. Mal gucken. Ja. Du musst das erste nicht gespielt haben. Also es gibt im Internet so Zusammenschnitte. Der Zusammenschnitt, der bei dem zweiten Teil mitgeliefert wird, der ist eher ein bisschen verwirrend. Aber ich würde sagen, je nachdem, wie sehr man in diese Star Wars-Welt investiert ist, tut das auch nicht gut, den ersten Teil gespielt zu haben. Also ich bin da auch nicht so der Super-Fan. Hab aber meinen Spaß daran, mit einem Laserschwert auf die Sturmtruppen einzuprügeln, die auch Loa richtig immer daneben schießen gefühlt. Und haben die nicht auch, reden die nicht auch immer so einen Quatsch? Ja. Ja, das Spiel hat schon einen gewissen Witz. Ich fand es sogar auch lustig. Also manchmal ist es ja auch eher so aufgesetzt und peinlich, aber das passt doch schon ganz gut. Ich kann da mal in meinem Bildungsauftrag mal kurz gerecht werden und einwerfen. Freitags ist ja der Tag, wo neue Musik erscheint, wie ihr wisst. Und heute ist auch ein neues Album erschienen, das auf dem ersten Blick nichts mit Star Wars zu tun hat, aber das Bergen-Philharmonik-Orchester mit Thomas Dausgaard hat heute veröffentlicht Symphonie Nummer 4 von Anton Bruckner. Das ist die Star Wars-Symphonie. Wenn ihr die hört, da erkennt ihr an vielen, vielen Stellen, was John Williams gehört hat, bevor er den Star Wars-Soundtrack so komponiert hat. Nicht nur das, aber gerade in der 4 von Bruckner, das ist die romantische, sind diverse Dinge drin, die man in vor allem den Soundtracks der ersten drei Star Wars-Filme wiederfindet. Der imperiale Marsch. Nein, hörst dir mal an. Also kannst du mal hinten mal laufen lassen. Da findet man diverse Sachen. Ach, guck an, ja. Die Musik ist tatsächlich so ein bisschen komisch. Passt nicht immer so in die Situation. manchmal total actiongeladen und man läuft da einfach nur durch die Wüste. Okay. Was jetzt? Wo ist der Boss? Also ein paar musikalische Star Wars-Momente, mehr hätten es auch sein dürfen. Wirkt so ein bisschen nach generisch. Soll nach Star Wars klingen. Aber da, wo man es dann ganz klar erkennt, sagt man auch, ja. Ja, Sounddesign ist echt so ein Thema, Durch alle Spiele, Filme, Serien durch. Das ist ja im Großen und Ganzen, man erkennt schon Star Wars. Man muss es gar nicht groß sehen, aber so ein bisschen Musik hört, dann aha, das wird irgendwie schon zu Star Wars gehören. Ich bin immer am Schmunzeln, diese ganzen Schaltpulte definieren sich ja vor allem durch eine Menge roter Knöpfe. Ja. Ja, wie da wohl so der Arbeitsalltag ist. Man drückt den roten Knopf. Ja, welchen? Aber es ist eine Empfehlung, höre ich da raus. Wenn man irgendwie ein bisschen fährt, kann man das spielen. Dick Daumen hoch. Also auch eines der wenigen Spiele, wo ich sage, nach dem Durchspielen gibt es noch sicherlich eine Menge an Nebenaufgaben, die sich dann auch tatsächlich nach dem Durchspielen noch weiterführen lassen. und da nochmal die eine oder andere Stunde mehr in der Welt zu verbringen, da habe ich schon auch Bock drauf. Okay. Bei Horizon hatte ich das auch, da hatte ich auch wieder noch Lust irgendwie hinterher aufzuräumen. Bin aber auch zu geizig, die 20 Euro für den Download-Inhalt rauszutun. Da werde ich schon irgendwann schwach werden, aber jetzt gerade habe ich keine Lust. Ja, man hat auch irgendwann mal so eine Open World fertig. Da hast du einfach satt. Irgendwann fällt einem auf, dass das alles sehr formelhaft ist. Ja, ich kann jetzt auch keine Stöcker mehr sammeln. Hast du es denn geschafft, Sven, noch mehr Zeit zu investieren in dieses andere Spiel, was wir gestern schon sprachen? Du meinst Layla's Horizon? Ja. Nee, ich bin, also Layla's Horizon ist von den, von dem Studio, das Altos Odyssey gemacht hat und Altos Adventure. Ja. Das wird im Stubborn. Genau, mit so einem Snowboard und Lamas und so und haben halt so einen gewissen Grafikstil, der irgendwie auch wiedererkennbar ist und haben jetzt ein neues Spiel namens Layla? Layla? Layla. Layla. Ist da kein zweites L drin? Nee, da ist kein zweites L drin. Tatsächlich, das heißt nicht Layla, sondern Layla. Layla's Horizon. Layla's Horizon, genau. Ist drin, jetzt haben wir ja schon häufiger jetzt auch erwähnt, in diesem Netflix Abo mit drin. Also wenn ihr ein laufendes Netflix Abo habt, könnt ihr euch auch einen ganzen Haufen Spiele auf euer iPhone oder iPad laden. Unter anderem jetzt Layla's Horizon. Statt jetzt so einen Berg Ski mäßig runter zu brettern, fliegt man Wingsuit technisch den Berg runter und ich bin einfach zu doof für die Steuerung. Also man kann irgendwie links und rechts hoch, also man wischt so über das iPad links, rechts und dann beide dann bremst oder geht man in den Sturzflug, kann ich nicht. Ich lande immer irgendwie am Baum. Ich bin beide nicht. Aber das geht mir aber auch, also jetzt, ich bin, ich habe nochmal 20 Minuten weitergespielt und da bin ich jetzt auch an dem Punkt, da wo man so präziser steuern muss, bin ich irgendwie raus. Aber es erinnert mich ein bisschen an Journey. Das habe ich gerade noch rausgefunden. von Optik her, aber auch, bei Journey hast du auch so ein Cape, was dann irgendwie dich fliegen, schweben lässt. Aber ich finde es was nett gemacht, aber wenn man bei Steuerung klagt, ist das glaube ich ein super Spiel. Ja, keine Frage und auch der Fakt, also diese Wingsuits, ich habe häufiger mal diese European Outdoor Filmtour und so Sportlern, die Sachen in der Natur machen. Da war auch mal ein Filmchen über solche Wingsuits, wo es ja früher darum ging, irgendwie möglichst weit damit zu kommen. Also sie springen vom Berg runter, klappen ihre Arme aus und dann springen sie möglichst weit. Der Trend ist ja aber gewandelt, inzwischen geht es darum, wie nah kann ich am Boden lang schrammen. Also es muss so, die sind alle wahnsinnig. Aber hey, so ähnlich ist dieses Spiel. Ja, es gibt noch Punkte dafür. Also wenn man dicht am Boden lang fliegt, kannst du so, Dinge halt ein. Funken. Funken, genau. Funken und dann kriegst du noch Boost, noch schneller. Genau. Naja, ich habe mehr Zeit investiert in Lego Bricktails, was es auch schon länger gibt für PC. Auch für Mac. Für Mac auch. Jetzt gibt es das für iPad und iPhone. Also ich würde es auf dem iPad spielen. Für einen Bruchteil des Geldes. Ich glaube, PC-Version kostet auch 20 Euro. Jetzt, ich glaube, sechs Euro kostet die iPad-Variante. Ist ganz nett. Ist so eine Mischung aus so ein kleines Abenteuer mit ich steuere meinen Mensch durch Lego-Landschaften und die Figur kommt immer wieder an Positionen, wo irgendwas kaputt ist und man muss das natürlich Lego-technisch reparieren. Und das ist eine gute Mischung aus so Knobelspielen und Bridge-Builder ist so ein bisschen, Bridge-Constructor ist ein bisschen drin, weil die Dinger müssen auch immer irgendwie was aushalten. Ich fand das, ich habe so ein paar Rätsel da drin gemacht, die sind teilweise echt knackig. Ich hatte erst gedacht, können ja die Kinder mal machen, aber naja, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen früh. Hast du das gespielt, Stefan? Ja, zumindest reingespielt und ich fand es auch ganz, ganz gut. Also sieht schick aus und von den Rätseln war ich auch überrascht, dass die dann doch ein bisschen fordernder sind. Ich fand es angenehm, dass das so ein bisschen laid back ist. Also das ist kein so ein Action-Spiel. Ansonsten sind ja so Lego-Star Wars und diese Traveller-Tales-Spiele, die eigentlich immer alle nach dem gleichen Muster laufen. So ein bisschen Action-Adventure durch die Gegend, irgendwelche anderen Figuren hauen oder wegblastern, Lego-Steinchen einsammeln und vor allem einsammeln mit Blick darauf, dass du dir halt Unmengen an Bauteilen und Figuren freischalten kannst. Die sind eigentlich immer schon auch ganz witzig gemacht, aber es nutzt sich irgendwie ab und ich finde die total anstrengend zu spielen, weil irgendwie immer was los ist. Du bist aber schon zu alt dafür. Das ist vielleicht nicht mehr ganz die Zielgruppe. Ja, aber Brick Tales ist entspannt. Vielleicht ist es mir manchmal ein bisschen zu entspannt gewesen, um mich dazu zu motivieren, das noch weiter zu spielen. Also ähnlich ist ja auch dieses Lego Builders Journey. Das gibt es bei Apple Arcade. Das ist auch eher entspannt und man muss ab und zu mal ein paar Steinchen übereinander stapeln. Aber das habe ich jetzt nur genutzt, um die Überleitung zu schaffen. Das ist nämlich bei Apple Arcade gibt es einen ganzen Sack voller neuen Spiele. 20 Stück meine ich, haben die da reingepumpt gestern. Und da war ich durchaus überrascht, weil ich das nicht gelesen, sondern war irgendwie am Gucken in diesem App Store drinnen. Und dann war ich überrascht über einige Namen. Also klar, so Farming Simulator kann ja mal ganz nett sein. Aber auch ein Limbo ist dabei. Octodad oder Very Little Nightmares, das sind dann jeweils die Plus-Varianten davon. Also bestehende Spiele, die für Apple Arcade nochmal irgendwie neu gemacht wurden. Da hat man viel zu tun, glaube ich. Hier ist auch so ein bisschen wie City Skylines, heißt Cityscapes, muss man so eine Stadt aufbauen. Fand ich auch ganz interessant. Wenn man keinen Bock hat auf irgendwas, kann man ja mal Getting Over It versuchen. wo der Mann in dem Topf versucht, einen Berg hoch zu kommen mit dem Hammer. Klingt verrückt, ist es auch. Und ist richtig frustrierend. Ich habe mich immer gefreut über Temple Run. Temple Run ist da drin. Und spannend finde ich auch What the Car? Ein Auto mit Füßen. Irgendein Autorändspiel mit Füßen. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal austesten. Also da hat man ordentlich was zu tun. Fried Feuerstein. Temple Run ist ein Endless Runner. Und ich habe mir gerade mal geguckt, von 2011 ist das Original und hatte damals einen Metacritic Score von 80. Das ist so schlecht jetzt irgendwie nicht für so ein Mobile Game. Sieht aber auch noch genauso aus. Ja, das ist schon, die Grafik ist schon nochmal aufpoliert. Das ist also nicht so ein Pixelmatsch. Okay. Okay. Dann halt, ja, ja. Alles ist also ein Hirnausspiel. Das kann man einfach mal stumpf ein paar Minuten spielen. Okay. Was man nicht so stumpf gucken kann, ich nehme die Überleitung auch direkt mit und erwähne, dass es, dass ich mich sehr gefreut habe darüber, dass von Black Mirror eine sechste Staffel für den Juni angekündigt war, äh, wurde. Ähm, und ich habe mal das zum Anlass genommen und habe in die alten Staffeln nochmal reingeguckt, die es alle bei Netflix gibt. Ähm, und ja, die sind immer noch gut, ne? Einige, einigen sieht man das Alter an. Diese DS ist, glaube ich, zehn Jahre alt inzwischen. Bitte? Ja. Krass. Von 13, ja. DS ist die mit dem Schwein, oder? Ja. Er ist auch direkt ein krasser Einstieg, ja. Ähm, die Themen sind immer noch zum Teil aktuell, zum Teil sind wir schon drüber hinaus, würde ich fast sagen. Aber Black Mirror schafft das immer wieder, finde ich, äh, also vielleicht, falls das jemand nicht kennt, das ist halt so eine Anthologie-Serie, in der so technische Errungenschaften immer einen Tick weitergedacht werden und manchmal auch so einen Tick in die andere, in die falsche Richtung, sozusagen. Also, was, was macht das mit uns und mit der Gesellschaft oder welche Gefahren stecken da drin? Und das ist schon teilweise echt ganz schön beängstigend, finde ich. Und da sind immer noch sehr gute Folgen bei. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst, erinnerst du dich oder ihr euch an alle? An alle bestimmt nicht, aber ich, ich fand super, fand ich die, ähm, mit dem Social Score. Oder? Nosedive. Genau, wo du basierend auf deinem, deinem Social Score dann irgendwie nicht mehr fliegen darfst oder teurere Preise zahlst oder was auch immer. Mhm. Ich fand ganz cool, die Episode, das ist auch eine Sache, die ich mir von, von Augmented Reality-Brillen dann echt wünsche, wo man Menschen ausblenden kann, Menschen blocken kann. Oh, da weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Ja. Da gibt's aber ja noch eine ähnliche, wo quasi das ganze Leben mitgeschnitten wird und nachher es so einen Ehekrieg gibt, weil der R hat die eine Frau zu lange angeguckt oder so und dann können die immer zurückspulen. Das ist auch krass, ja. Ach, da sind so viele schöne Folgen. Ich kann das nur empfehlen, dass nochmal, wenn man das lange nicht geguckt hat, da gerne nochmal reingucken und dann ab Juni, ich weiß, Datum gibt's noch nicht, aber gibt's die sechste Staffel und auch mit, mit, ähm, durchaus bekannten Namen, ne, meine ich. Ich google nochmal schnell. Aber sonst waren's ja, wenn ich jetzt zurückgucke, ähm, kenne ich die Menschen, also die sind zum Teil damit groß geworden, würde ich fast behaupten, oder die habe ich da denn zum ersten Mal gesehen. Aber jetzt bei der sechsten sind auch so, so Salma Haig sehe ich hier jetzt und, ähm, oh, wie heißt der von Breaking Bad? Brian Cranston? Ne, der andere. Aaron Paul. Aaron Paul ist dabei, genau. Oder hier, Satsi Bates. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Das ist wohl auch gar nicht. Josh Hartnett kenne ich noch. Michael Cera. Aber was ich hier auch spekuliere, ist, äh, die vierte Staffel von True Detective, was, äh, so länger in der Mache ist und wo es jetzt, glaube ich, den ersten Trailer zu gab. Hm. Äh, mit Jodie Foster. Oh. Oh, okay. Genau, das ist der Moment, wo dann alle Oh sagen. Ja. Die habe ich, durchweg gute Erinnerungen, also Filme und so mit ihr. Ah. Ich weiß, ich muss gerade gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich True Detective alle Staffeln gesehen habe. Die erste ist natürlich fantastisch. Ja. Das ist mit Woody Harrelson, oder? Die erste? Ja. Okay, ja. Wir reden vom Gleichen, das Problem. Ja, ja, wo die erste und, und hier, Matthew McConaughey. Ja. Ne? Und die zweite habe ich auch garantiert, die dritte weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ist die das mit Mashallah Ali? Ja. Die dritte. Das ist die dritte. Okay. Glaube ich. Und die zweite war mit, die war zum Vergessen, glaube ich. Also die, die waren alle nicht schlecht. Die zweite und die dritte waren nicht schlecht, aber auch nicht so überragend wie die erste. Staffel zwei ist mit Colin Farrell und Vince Vaughn. Da habe ich keine Erinnerung dran. Gibt es da einen Termin für die vierte? Glaube ich. Ne, gibt es nicht. Ich glaube, dieses Jahr. Ich habe eine Sache mitgebracht, die könnt ihr schon jetzt gucken und die hättet ihr auch schon vor vier Jahren gucken können. Eine Serie, die bislang an mir vorbeigegangen ist. An vielen anderen Menschen nicht. Killing Eve. Ich habe die gefunden, weil ich unlängst in meinem National Theatre at Home Abo Prima Fassie geguckt habe mit Jodie Comer in, wie sagt man das, Hauptrolle ja, aber ist noch die einzige Person auf der Bühne überhaupt. Und ich fand die so fantastisch gut, dass ich mir angeguckt habe, okay, was hat die noch so gemacht, diese Jodie Comer und bin auf Killing Eve gestoßen und dachte, ah, das müsste man mal irgendwann mal gucken. Und jetzt unlängst wurde mir das in einem Netflix-Newsletter in die Inbox gespielt, dass es das auf Netflix gäbe und habe dann aber auch parallel gesehen, hey, ZDF hat das jetzt auch in der Mediathek und habe ich so lieber da geguckt und zwar alle vier Staffeln. Und ich finde es wirklich, wirklich gut und ja, wir waren eingangs schon mal dabei, das ist diese Serie mit den Pre-Caps, zumindest in Netflix drin. Ich meine, ich habe die in der ZDF, habe ich die nicht gehabt. Ich habe die gewechselt zwischendurch irgendwann. Aber ich glaube, in der ZDF-Voriante gibt es die nicht. Egal, geschenkt. Mitspielend, wie gesagt, Jodie Comer ist eine Hauptrolle, die andere ist Sandra Oh. Das ist die Koreanerin, die gerade nicht den Oscar gewonnen hat, sondern die, die ihr aus Grey's Anatomy vielleicht kennt. Also ich kannte sie daher nicht, weil ich sie nicht geguckt habe, aber Menschen kennen sie offensichtlich daher. Und die, Jodie Comer spielt eine Auftragskillerin und Sandra Oh als Eve spielt eher so auf der anderen Seite des Gesetzes. MI5, ne? Ja, es fängt so an und das entwickelt sich so über vier Staffeln lustig hin und her und es ist ein, die beiden jagen, bekriegen sich, arbeiten hier aber auch zusammen dann interessanterweise. Vielleicht ist es eine tolle Geschichte, ist vielleicht unterm Strich, wenn man es über alle vier Staffeln sieht, hätte man es vielleicht besser in vier, fünf Folgen weniger gepackt, weil es hinten raus dann doch so ein bisschen, ja, ich weiß, es geht aufs Finale zu, das kann jetzt auch bitte kommen. Aber, ich hatte großen Spaß beim Gucken, habe das auch innerhalb von keiner Zeit gefühlt weggeguckt. Ich glaube, wir sind irgendwie in der zweiten Staffel oder nach der zweiten Staffel ausgestiegen, weil das dann irgendwie so ein Spin bekommen hat. aber die zweite Staffel endet noch mit einem riesen Cliffhanger. Ich konnte da aufsteigen. Ja, da haben wir die dritte noch reingeguckt und fanden es seltsam. Ich meine auch, also ich meine, ich habe zwei Staffeln gesehen, weil es die dritte noch gar nicht gab und dann habe ich sie aus dem Augen verloren und jetzt gibt es plötzlich vier Staffeln, das ist ja auch nicht schön. Das ist natürlich das Serienende, es lohnt sich das zu gucken. Das lustige fand ich, also das fällt einem glaube ich auch wahrscheinlich nur auf, wenn man das so en bloc weg guckt, dass Staffel zwei endet quasi genau wie Staffel eins, nur in vertauschten Rollen. Spannend. Ja, da sind glaube ich viele Dinge drin und die Idee stammt von Phoebe Waller-Burich. Ja. Die ja hier Fleabag auch die Hauptrolle, also hat sie sie auch rausgedacht und auch selbst die Hauptrolle gespielt. Ist ja auch irgendwie eine ganz besondere Serie, die ich auch immer wieder empfehlen kann. Und ich sehe gerade in der ersten Staffel, ist nur in der ersten Staffel, spielt auch Kim Botnia mit. Dieser bärtige Typ. Der spielt ja nicht. Nee, der spielt immer mit. Der spielt überall mit. Der spielt immer mit. Ja, aber das ist so ein alter dänischer Schauspieler, der ja früher schon in der Pusher-Trilogie von Niklas Winning-Reffen mitgespielt hat. Ah, ja, ja. Der ist ein cooler Typ. Und bei der Brücke spielt er auch mit. Oh ja. Ich habe einfach kein Auge dafür. Ihr merkt das immer, ihr merkt das immer wieder. Was ich noch empfehlen kann, nämlich das, wie ich auf die Serie gekommen bin, falls ihr trotz meiner häufigen Werbung dafür noch kein National Theatre at Home Abo habt, ist jetzt ein guter Moment, das zu klicken oder zumindest, man kann da glaube ich auch einzelne Stücke inzwischen streamen. Prima Faziae, spricht man glaube ich so aus als alter Lateiner, ist ein Begriff, der wohl Juristen auch geläufig ist als dem ersten Anschein nach, ist ein unfassbar gutes, intensives Stück, wie gesagt, mit Jodie Comer in der einzigen Rolle. Es geht darum, bringe ich jetzt mal kurz unter, Jodie Comer spielt eine Strafverteidigerin und verteidigt auch in so Sexualstraffällen und die erste Hälfte des Stücks beschäftigt sich damit zu erklären, wie eigentlich so Gerichtsprozesse ablaufen und wie einfach das so eigentlich auch ist, gerade in der Verteidigerposition solche Fälle dann oft zu gewinnen, weil es sehr, sehr leicht ist, Frauen, die solche Taten zur Anzeige bringen, dazu zu bringen, sich in Widersprüche zu verstrecken oder es unglaubwürdig dazustehen. Dann der große Bruch des Stücks, der natürlich darin besteht, dass sie vergewaltigt wird und auf einmal selbst vor Gericht aussagt und das Ganze von der anderen Seite erlebt. Guckt das nicht zu spät am Abend, man möchte danach noch irgendwas Lustiges gucken, um wieder in eine gute Stimmung zu kommen, weil es ist schon, es ist wirklich ein intensives Stück, aber es ist unfassbar gut, es sind glaube ich 80 Minuten oder sowas, Spielformlänge, krasse Empfehlung. Kann man auch immer noch gucken, es läuft noch, also wenn man mal, oder? Es läuft, London läuft, weiß ich nicht, es läuft inzwischen läuft es auch am Broadway und ich meine, dass es auch am Broadway in New York jetzt Jodie Comer spielt, falls ihr da jetzt demnächst mal seid. Coming to Broadway from April, ja. Ja, also ich, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch mit anderen Schauspielerinnen eine super Sache, ich habe es jetzt mit Jodie Comer gesehen und wahrscheinlich taugt mir anders dann nicht mehr, aber falls ihr nicht nach London oder New York fliegen wollt für ein Theaterstück, das zu streamen ist auch total okay, habe ich ja auch gemacht. Dann geht es weiter mit einer anderen Serie, von der ich nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll, nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte und die irgendwie auch gut fand und ich mochte auch die Werbung dafür, komischerweise, die hier in Kiel auf, größtmöglich an Wänden hing. Sweet Tooth, das ist das mit diesem Hirschkind. Also es gibt so ein, wir sind in der Zukunft nicht allzu weit, glaube ich, es gibt so eine Virusgeschichte und es werden Hybridkinder geboren, halb Tier, halb Mensch und einige können nicht sprechen nur für andere Fähigkeiten und dieser Sweet Tooth ist so ein Hirschviech und so ein bisschen, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Wir waren schon bei Last of Us und dieses Hirschkind könnte die Lösung sein, könnte in sich quasi ein Gegenmittel tragen. So ist Staffel 1 mehr oder weniger geändert. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen von Staffel 2 geguckt. Das ist immer noch so absurd wie Staffel 1, aber irgendwie ist das fast den Grund, dass ich weiter gucke, obwohl ich das eigentlich, ich bin da, also ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da auch in die erste Staffel mal reingeguckt und mich hat das so ein bisschen verloren, ich glaube, das ist alles, was ich schon mal gesehen habe, nur irgendwie mit so einem Geweihung. Ja, genau, es gab nichts Neues an der Serie sozusagen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin, also ich finde, sie ist gut gemacht und ich gucke sie auch jetzt erstmal weiter, immer dann, wenn ich mal nichts anderes zu tun habe. ja, also es ist keine, auf gar keinen Fall eine so eindeutige Empfehlung wie bei Killing Eve oder Prima Fazia, aber guck da mal rein, so wenn das, ich glaube, man merkt recht zügig nach ein, zwei, drei Folgen der ersten Staffel, ob das was für einen ist oder nicht und es ändert sich auch nicht, also die Serie geht so weiter, wie sie sich in den ersten zwei, drei Folgen darstellt und so, ja. Aber ich, wie gesagt, ich gucke es jetzt erstmal und, ähm, ja. Jetzt gucke ich bei mir auch immer Empfehlungen mit, die keine Empfehlungen sind, sondern Warnhinweise. Ja, aber richtiger Warnhinweis ist es auch nicht, also ich, ich habe erst schon mal durchgeguckt, so ist es nicht und ich habe mich dabei nicht gelangweilt und ich bin jetzt ein bisschen, ja mal gucken, was die zweite Staffel so bringt. Ich habe nachher noch ein Badezimmer zu streichen, da wird das irgendwie bei auf dem iPad laufen und dann mal gucken. Gut, der Sendungsplan ist soweit leer. Fantastisch, mein Kopf ist voll. Von all meinen guten Empfehlungen, von Apps und Serien und so. Verstehe. Gut, dann, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut ins Wochenende, durch das Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Auf Wiederhören. Bis denn dann. Schönes Wochenende.